E.T.A. Hoffmann, »Das Fräulein von Sküderie«, eine Erzählung aus dem Zeitalter Ludwigs des Vierzehnten. In der Straße Saint-Honoré war das kleine Haus gelegen, welches Madeleine von Sküderie, bekannt durch ihre anmutigen Verse, durch die Gunst Ludwigs des Vierzehnten und der Maintenon bewohnte. Spät um Mitternacht im Herbst des Jahres 1680 wurde an dieses Haus hart und heftig angeschlagen, das es im ganzen Flur laut widerhalte. Baptiste, der in des Fräuleins kleinem Haushalt Koch, Bedienten und Türsteher zugleich vorstellte, war mit Erlaubnis seiner Herrschaft über Land gegangen zur Hochzeit seiner Schwester, und so kam es, dass die Martinière des Fräuleins Kammerfrau allein im Hause noch wachte. Sie hörte die wiederholten Schläge. Es fiel ihr ein, dass Baptiste fortgegangen und sie mit dem Fräulein ohne weiteren Schutz im Hause geblieben sei. Aller Frevel von Einbruch, Diebstahl und Mord, wie er jemals in Paris verübt worden, kam ihr in den Sinn. Es wurde ihr gewiß, dass irgendein Haufen Meuterer von der Einsamkeit des Hauses unterrichtet, da draußen tobe und eingelassen ein böses Vorhaben gegen die Herrschaft ausführen wolle. Und so blieb sie in ihrem Zimmer, zitternd und zagend, und den Baptiste verwünschen samt seiner Schwester Hochzeit. Unterdessen donnerten die Schläge immer fort, und es war ihr als Rufe eine Stimme dazwischen. »So macht doch nur auf, um Christus Willen! So macht doch nur auf!« Endlich in steigender Angst ergriff die Martinière schnell den Leuchter mit der brennenden Kerze und rannte hinaus auf den Flur. Da vernahm sie ganz deutlich die Stimme des Anpochenden, »Um Christus Willen! So macht doch nur auf!« In der Tat dachte die Martinière, »so spricht doch wohl kein Räuber. Wer weiß, ob nicht gar ein verfolgter Zutritt sucht bei meiner Herrschaft, die ja geneigt ist zu jeder Wohltat. Aber lasst uns vorsichtig sein!« Sie öffnete ein Fenster und rief hinab, »wer denn da unten, in so später Nacht so an der Haustüre tobe, und alles aus dem Schlafe wecke, indem sie ihrer tiefen Stimme, so viel Männliches zu geben, sich bemühte als nur möglich.« In dem Schimmer der Mondestrahlen, die eben durch die finstern Wolken brachen, gewahrte sie eine lange, in einen hellgrauen Mantel gewickelte Gestalt, die den breiten Hut tief in die Augen gedrückt hatte. Sie rief nun mit lauter Stimme, sodass es der unten vernehmen konnte, »Baptiste Claude Pierre, steht auf und seht einmal zu, welcher Taugenichts uns das Haus einschlagen will!« Da sprach es aber mit sanfter, beinahe klagender Stimme von unten herauf, »Ach, la Martinière, ich weiß ja, dass ihr es seid, liebe Frau, so sehr ihr eure Stimme zu verstellen trachtet. Ich weiß ja, dass Baptiste über Land gegangen ist und ihr mit eurer Herrschaft allein im Hause seid. Macht mir nur getrost auf, befürchtet nichts. Ich muss durchaus mit eurem Fräulein sprechen, noch in dieser Minute.« »Wo denkt ihr hin?«, erwiderte Martinière. »Mein Fräulein wollt ihr sprechen, mitten in der Nacht. Wisst ihr denn nicht, dass sie längst schläft? Und dass ich sie um keinen Preis wecken werde aus dem ersten süßesten Schlummer, dessen sie in ihren Jahren wohl bedarf?« »Ich weiß«, sprach der Untenstehende, »ich weiß, dass euer Fräulein soeben das Manuskript ihres Romans Glelia geheißen, an dem sie rastlos arbeitet, beiseite gelegt hat und jetzt einige Verse aufschreibt, die sie morgen bei der Marquise de Martinon vorzulegen gedenkt. »Ich beschwöre euch, Frau Martinière, habt die Barmherzigkeit und öffnet mir die Türe. Wisst, dass es darauf ankommt, einen Unglücklichen vom Verderben zu retten. Wisst, dass Ehre, Freiheit ja das Leben eines Menschen abhängt, von dem Augenblick, in dem ich euer Fräulein sprechen muss. »Bedenkt, dass eurer Gebieterin Zorn ewig auf euch lasten würde, wenn sie erführe, dass ihr es waret, die den Unglücklichen, welcher kam, ihre Hilfe zu erflehen, hartherzig von der Türe wieset.« »Aber warum sprecht ihr denn meines Fräuleins Mitleid an? In dieser ungewöhnlichen Stunde kommt morgen zu guter Zeit wieder,« so sprach die Martinier herab. Da erwiderte der unten, »Kehrt sich denn das Schicksal, wenn es verderbend wie der tötende Blitz einschlägt an Zeit und Stunde?« »Darf, wenn nur ein Augenblick Rettung noch möglich ist, die Hilfe aufgeschoben werden? Öffnet mir die Türe, fürchtet doch nur nichts von einem Elenden, der schutzlos verlassen, von aller Welt verfolgt, bedrängt von einem ungeheuren Geschick, euer Fräulein um Rettung anflehen will aus drohender Gefahr.« Die Martinier vernahm, wie der Untenstehende bei diesen Worten vor tiefem Schmerz stöhnte und schluchzte. Dabei war der Ton von seiner Stimme der eines Jünglings, sanft und eindringend tief in die Brust. Sie fühlte sich im Innersten bewegt, ohne sich weiter lange zu besinnen, holte sie die Schlüssel herbei. So wie sie die Türe kaum geöffnet, drängte sich ungestüm die in den Mantel gehüllte Gestalt hinein und rief an der Martinier vorbeischreitend in den Flur mit wilder Stimme, »Führt mich zu eurem Fräulein!« Erschrocken hob die Martinier den Leuchter in die Höhe, und der Kerzenschimmer fiel in ein todbleiches, furchtbar entstelltes Jünglingsantlitz. Vor Schrecken hätte die Martinier zu Boden sinken mögen, als nun der Mensch den Mantel auseinanderschlug und der blanke Griff eines Stiletts aus dem Brustlatz hervorragte. Es blitzte der Mensch sie an mit funkelnden Augen und rief, »Noch wilder als zuvor, führt mich zu eurem Fräulein, sag ich euch!« Nun sah die Martinier ihr Fräulein in der dringendsten Gefahr, alle Liebe zu der teuren Herrschaft, in der sie zugleich die fromme, treue Mutter ehrte, flammte stärker auf im Innern und erzeugte einen Mut, dessen sie wohl selbst sich nicht fähig geglaubt hätte. Sie warf die Türe ihres Gemachs, die sie offengelassen, schnell zu, trat vor dieselbe und sprach stark und fest, »In der Tat, euer tolles Betragen hier im Hause passt schlecht zu euren kläglichen Worten da draußen, die, wie ich nun wohl merke, mein Mitleiden sehr zu unrechter Zeit erweckt haben. Mein Fräulein, sollt und werdet ihr jetzt nicht sprechen. Habt ihr nichts Böses im Sinn, dürft ihr den Tag nicht scheuen. So kommt morgen wieder und bringt eure Sache an. Jetzt schert euch aus dem Hause!« Der Mensch stieß einen dumpfen Seufzer aus, blickte die Martinier starr an mit entsetzlichem Blick und griff nach dem Stilett. Die Martinier befahl im Stillen ihre Seele dem Herrn, doch blieb sie standhaft und sah dem Menschen keck ins Auge, indem sie sich fester an die Türe des Gemachs drückte, durch welches der Mensch gehen musste, um zu dem Fräulein zu gelangen. »Lasst mich zu eurem Fräulein, sage ich euch,« rief der Mensch nochmals. »Tut, was ihr wollt,« erwiderte die Martinier. »Ich weiche nicht von diesem Platz. Vollendet nur die böse Tat, die ihr begonnen. Auch ihr werdet den schmachvollen Tod finden auf dem Gräfeplatz, wie eure verruchten Spießgesellen.« »Ha!« schrie der Mensch auf. »Ihr habt recht, La Martinier. Ich sehe aus, ich bin bewaffnet wie ein verruchter Räuber und Mörder, aber meine Spießgesellen sind nicht gerichtet, sind nicht gerichtet.« Und damit zog er giftige Blicke schießend auf die zum Tode geängstigte Frau, das Stilett heraus. »Jesus!« rief sie den Todesstoß erwartend, aber in dem Augenblick ließ ich auf der Straße das Geklirr von Waffen, der Huftritt von Pferden hören. »Die Gendarmerie! Die Gendarmerie! Hilfe! Hilfe!« schrie die Martinier. »Entsetzliches Weib! Du willst mein Verderben! Nun ist alles aus! Alles aus! Nimm! Nimm! Gib das dem Fräulein heute noch! Morgen, wenn du willst!« Dies leise Murmend hatte der Mensch der Martinier den Leuchter weggerissen, die Kerzen verlöscht und ihr ein Kästchen in die Hände gedrückt. »Um deiner Seligkeit willen, gib das Kästchen dem Fräulein!« rief der Mensch und sprang zum Hause hinaus. Die Martinier war zu Boden gesunken, mit Mühe stand sie auf und tappte sich in der Finsternis zurück in ihr Gemach, wo sie ganz erschöpft, keines Lautes mächtig in den Lehnstuhl sank. Nun hörte sie die Schlüssel klirren, die sie im Schloss der Haustüre hatten stecken lassen. Das Haus wurde zugeschlossen und leise, unsichere Tritte nahten sich dem Gemach. Fest gebannt, ohne Kraft sich zu regen, erwartete sie das Grässliche. Doch wie geschah ihr, als die Türe aufging und sie bei dem Scheine der Nachtlampe auf den ersten Blick den ehrlichen Baptist erkannte? Der sah leichenblass aus und ganz verstört. »Um allerheiligen Willen«, fing er an, »um allerheiligen Willen«, »sagt mir Frau Martinier, was ist geschehen?« »Ach, die Angst! Die Angst! Ich weiß nicht, was es war. Aber fortgetrieben hat es mich von der Hochzeit gestern Abend mit Gewalt. Und nun komme ich in die Straße, Frau Martinier, denke ich, hat einen leisen Schlaf, die wird's wohl hören, wenn ich leise und säuberlich anboche an die Haustüre und mich hineinlassen. Da kommt mir eine starke Patrouille entgegen, Reiter, Fußvolk bis an die Zähne bewaffnet und hält mich an und will mich nicht fortlassen. Aber zum Glück ist Degray dabei, der Gendarmerieleutnant, der mich recht gut kennt. Der spricht, als sie mir die Laterne unter die Nase halten. »Ei, Baptist, wo kommst du her?« »Deswegs in der Nacht. Du musst fein im Hause bleiben und es hüten. Hier ist es nicht geheuer. Wir denken noch, in dieser Nacht einen guten Fang zu machen.« »Ihr glaubt gar nicht, Frau Martinier, wie mir diese Worte aufs Herz fielen. Und nun trete ich auf die Schwelle, und da stürzt ein verhüllter Mensch aus dem Hause, das blanke Stilett in der Faust und rennt mich um und um. Das Haus ist offen, die Schlüssel stecken im Schlosse. Sagt, was hat das alles zu bedeuten?« Die Martinier, von ihrer Todesangst befreit, erzählte, wie sich alles begeben. Beide, sie und Baptist gingen in den Hausflur, sie fanden den Leuchter auf dem Boden, wo der fremde Mensch ihn im Entfliehen hingeworfen. »Es ist nur zu gewiss,« sprach Baptist, »dass unser Fräulein beraubt und wohl gar ermordet werden sollte. Der Mensch wußte, wie ihr erzählt, dass ihr allein waret mit dem Fräulein, ja sogar, dass sie noch wachte bei ihren Schriften. Gewiss war es einer von den verfluchten Gaunern und Spitzbuben, die bis ins Innere der Häuser dringen, alles listig auskundschaftend, was ihnen zur Ausführung ihrer teuflischen Anschläge dienlich. Und das kleine Kästchen, Frau Martinier, das, denke ich, werfen wir in die Szenen, wo sie am tiefsten ist.« »Es steht uns dafür, dass nicht irgendein verruchter Unhold unserem guten Fräulein nach dem Leben trachtet, dass sie das Kästchen öffnend nicht tot niedersinkt wie der alte Marquis von Tournay, als er den Brief aufmachte, den er von unbekannter Hand erhalten.« Lange Ratschlagen beschlossen die Getreuen endlich, dem Fräulein am anderen Morgen alles zu erzählen und ihr auch das geheimnisvolle Kästchen einzuhändigen, das ja mit gehöriger Vorsicht geöffnet werden könne. Beide erweckten sie genau jeden Umstand der Erscheinung des verdächtigen Fremden, meinten, dass wohl ein besonderes Geheimnis im Spiele sein könne, über das sie eigenmächtig nicht schalten dürften, sondern die Enthüllung ihrer Herrschaft überlassen mussten. Baptists Besorgnisse hatten ihren guten Grund. Gerade zu der Zeit war Paris der Schauplatz der verruchtesten Gräueltaten. Gerade zu der Zeit bot die teuflische Erfindung der Hölle die leichtesten Mittel dazu dar. Glaser, ein deutscher Apotheker, der beste Chemiker seiner Zeit, beschäftigte sich, wie es bei Leuten von seiner Wissenschaft wohl zu geschehen pflegt, mit alchemistischen Versuchen. Er hatte es darauf abgesehen, den Stein der Weisen zu finden. Ihm gesellte sich ein Italiener zu namens Exili. Diesem diente aber die Goldmacherkunst nur zum Vorwande. Nur das Mischen, Kochen, Sublimieren der Giftstoffe, in denen Glaser sein Heil zu finden hoffte, wollte er erlernen, und es gelang ihm endlich, jenes feine Gift zu bereiten, das ohne Geruch, ohne Geschmack, entweder auf der Stelle oder langsam tötend, durchaus keine Spur im menschlichen Körper zurücklässt und alle Kunst, alle Wissenschaft der Ärzte täuscht, die den Giftmord nicht ahnend den Tod einer natürlichen Ursache zuschreiben müssen. So vorsichtig Exili auch zu Werke ging, so kam er doch in den Verdacht des Giftverkaufs und wurde nach der Bastille gebracht. In dasselbe Zimmer sperrte man bald darauf den Hauptmann Godin de Saint-Croix ein. Dieser hatte mit der Marquise de Brunvilliers lange Zeit in einem Verhältnis gelebt, welche Schande über die ganze Familie brachte und endlich, da der Marquis unempfindlich blieb für die Verbrechen seiner Gemahlin, ihren Vater, Dreudobré, Zivilleutnant zu Paris, nötigte, das verbrecherische Paar durch einen Verhaftsbefehl zu trennen, den er wieder den Hauptmann auswirkte. Leidenschaftlich, ohne Charakter, Frömmigkeit heuchelnd und zu Lastern aller Art geneigt von Jugend auf, eifersüchtig, rachsüchtig bis zur Wut, konnte dem Hauptmann nichts willkommener sein als Exilis teuflisches Geheimnis, das ihm die Macht gab, alle seine Feinde zu vernichten. Er wurde Exilis eifriger Schüler und tat es bald seinem Meister gleich, sodass er aus der Bastille entlassen, allein fortzuarbeiten imstande war. Die Brunvilliers war ein entartetes Weib, durch Saint-Croix wurde sie zum Ungeheuer. Er vermochte sie nach und nach erst ihren eigenen Vater, bei dem sie sich befand, ihn mit Verruch der Heuchelei im Alter pflegend, dann ihre beiden Brüder und endlich ihre Schwester zu vergiften. Den Vater aus Rache, die anderen der reichen Erbschaft wegen. Die Geschichte mehrerer Giftmörder gibt das entsetzliche Beispiel, dass Verbrechen derart zur unwiderstehlichen Leidenschaft werden. Ohne weiteren Zweck aus reiner Lust daran, wie der Chemiker Experimente macht zu seinem Vergnügen, haben oft Giftmörder Personen gemordet, deren Leben oder Tod ihnen völlig gleich sein konnte. Das plötzliche Hinsterben mehrerer Armen im Hotel Dieu erregte später den Verdacht, dass die Brote, welche die Brunvilliers dort wöchentlich auszuteilen pflegte, um als Muster der Frömmigkeit und des Wohltuns zu gelten, vergiftet waren. Gewiss ist es aber, dass sie Taubenpasteten vergiftete und sie den Gästen, die sie geladen, vorsetzte. Der Chevalier du Guet und mehrere andere Personen fielen als Opfer dieser höllischen Mahlzeiten. Saint-Croix, sein Gehilfe La Chaussée, die Brunvilliers, wußten lange Zeit, ihre grässlichen Untaten in undurchdringliche Schleier zu hüllen. Doch welche verruchte List verworfener Menschen vermag zu bestehen, hat die ewige Macht des Himmels beschlossen, schon hier auf Erden die Fräfler zu richten. Die Gifte, welche Saint-Croix bereitete, waren so fein, dass Lactaspulver, Boudre de Succession nannten es die Pariser, bei der Bereitung offen, ein einziger Atemzug hinreichte, sich augenblicklich den Tod zu geben. Saint-Croix trug deshalb bei seinen Operationen eine Maske von feinem Glase. Diese fiel eines Tages, als er eben ein fertiges Giftpulver in eine Biole schütten wollte, herab, und er sank den feinen Staub des Giftes einatmend augenblicklich tot nieder. Da er ohne Erben verstorben, eilten die Gerichte herbei, um den Nachlass unter Siegel zu nehmen. Da fand sich in einer Kiste verschlossen das ganze höllische Arsenal des Giftmords, das dem verruchten Saint-Croix zu Gebote gestanden. Aber auch die Briefe der Brunvilliers wurden aufgefunden, die über ihre Untaten keinen Zweifel ließen. Sie floh nach Lüttich in ein Kloster, de Grey, ein Beamter der Gendarmerie, wurde ihr nachgesandt. Als Geistlicher verkleidet, erschien er in dem Kloster, wo sie sich verborgen. Es gelang ihm, mit dem entsetzlichen Weiber einen Liebeshandel anzuknüpfen und sie zu einer heimlichen Zusammenkunft in einem einsamen Garten vor der Stadt zu verlocken. Kaum dort angekommen, wurde sie aber von de Grays Heschern umringt, der geistliche Liebhaber verwandelte sich plötzlich in den Beamten der Gendarmerie und nötigte sie, in den Wagen zu steigen, der vor dem Garten bereitstand und von den Heschern umringt, geradewegs nach Paris abfuhr. La Chaussée war schon früher enthauptet worden, die Brunvilliers litt denselben Tod, ihr Körper wurde nach der Hinrichtung verbrannt und die Asche in die Lüfte zerstreut. Die Pariser atmeten auf, als das Ungeheuer von der Welt war, das die heimliche mörderische Waffe ungestraft richten konnte gegen den Feind und Freund. Doch bald tat es sich kund, dass des verruchten Lacroix entsetzliche Kunst sich fortvererbt hatte. Wie ein unsichtbares, tückisches Gespenst schlich der Mord sich ein in die engsten Kreise, wie sie Verwandtschaft, Liebe, Freundschaft nur bilden können, und erfasste sicher und schnell die unglücklichen Opfer. Der, den man heute in blühender Gesundheit gesehen, wankte morgen krank und sich umher, und keine Kunst der Ärzte konnte ihn vor dem Tode retten. Reichtum, ein erträgliches Amt, ein schönes, vielleicht zu jugendliches Weib, das genügte zur Verfolgung auf den Tod. Das grausamste Misstrauen trennte die heiligsten Wande. Der Gatte zitterte vor der Gattin, der Vater vor dem Sohn, die Schwester vor dem Bruder. Unberührt blieben die Speisen, blieb der Wein bei dem Mahl, das der Freund den Freunden gab, und wo sonst Lust und Scherz gewartet, späten verwilderte Blicke nach dem verkappten Mörder. Man sah Familienväter ängstlich in entfernten Gegenden Lebensmittel einkaufen und in dieser oder jener schmutzigen Garküche selbst bereiten, in ihrem eigenen Hause teuflischen Verrat fürchtend. Und doch war manchmal die größte, bedachteste Vorsicht vergebens. Der König, dem Unwesen, das immer mehr überhandnahm, zu steuern, ernannte einen eigenen Gerichtshof, dem er ausschließlich die Untersuchung und Bestrafung dieser heimlichen Verbrechen übertrug. Das war die sogenannte Chambre ardente, die ihre Sitzungen unfern der Bastille hielt, und welcher La Renier als Präsident vorstand. Mehrere Zeit hindurch blieben Reniers Bemühungen, so eifrig sie auch sein mochten, fruchtlos dem verschlagenen Décret war es vorbehalten, den geheimsten Schlupfwinkel des Verbrechens zu entdecken. In der Vorstadt Saint-Germain wohnte ein altes Weib, La Voixin geheißen, die sich mit Wahrsagen und Geisterbeschwören abgab und mithilfe ihrer Spießgesellen, Le Serge und Le Vigoureux, auch selbst Personen, die eben nicht schwach und leichtgläubig zu nennen, in Furcht und Erstaunen zu setzen wußte. Aber sie tat mehr als dieses. Exilis Schülerin, Villacroix, bereitete sie wie dieser das feine, spurlose Gift und half auf diese Weise ruchlosen Söhnen zur frühen Erbschaft, entärteten Weibern zum anderen Jüngern Gemahl. Décret drang in ihr Geheimnis ein, sie gestand alles, die Chambre ardente verurteilte sie zum Feuertode, den sie auf dem Gräfplatz erlitt. Man fand bei ihr eine Liste aller Personen, die sich ihrer Hilfe bedient hatten, und so kam es, dass nicht allein Hinrichtung auf Hinrichtung folgte, sondern auch schwerer Verdacht selbst auf Personen von hohem Ansehen lastete. So glaubte man, dass der Kardinal Bansy, bei der Lavoisin das Mittel gefunden, es einsetzte, alle Personen, denen er als Erzbischof von Narbonne Pensionen bezahlen mußte, in kurzer Zeit hinsterben zu lassen. So wurden die Herzogin von Bouillon, die Gräfin von Soissons, deren Namen man auf der Liste gefunden, der Verbindung mit dem teuflischen Weibe angeklagt, und selbst François-Henri de Montmorency, Boudbelle, Herzog von Luxemburg, Pär und Marschall des Reichs, blieb nicht verschont. Auch ihn verfolgte die furchtbare Chambre ardente. Er stellte sich selbst zum Geständnis in der Bastille, wo ihn Levois und Laréniers Hass in ein sechs Fuß hohes Loch einsperren ließ. Monate vergingen, ehe es sich vollkommen ausmittelte, dass des Herzogs Verbrechen keine Rüge verdienen konnte. Er hatte sich einmal von Lesage das Horoskop stellen lassen. Gewiss ist es, dass blinder Eifer den Präsidenten Larénier zu Gewaltstreichen und Grausamkeiten verleitete. Das Tribunal nahm ganz den Charakter der Inquisition an. Der geringfügigste Verdacht reichte hin zu strenger Einkerkerung und oft war es dem Zufall überlassen, die Unschuld des auf den Tod Angeklagten dazutun. Dabei war Rüge von garstigem Ansehen und heimtückischem Wesen, sodass er bald den Hass derer auf sich lud, deren Rächer oder Schützer zu sein, er berufen wurde. Die Herzogin von Bouillon, von ihm im Verhöre gefragt, ob sie den Teufel gesehen, erwiderte, »Mich düngt, ich sehe ihn in diesem Augenblick.« Während nun auf dem Gräfplatz das Blutschuldiger und Verdächtiger in Strömen floss und endlich der heimliche Giftmord seltener und seltener wurde, zeigte sich ein Unheil anderer Art, welches neue Bestürzung verbreitete. Eine Gaunerbande schien es darauf angelegt zu haben, alle Juwelen in ihren Besitz zu bringen. Der reiche Schmuck, kaum gekauft, verschwand auf unbegreifliche Weise, mochte er verwahrt sein, wie er wollte. Noch viel ärger war es aber, dass jeder, der es wagte, zur Abendzeit Juwelen bei sich zu tragen, auf offener Straße oder in finstern Gängen der Häuser beraubt ja wohl gar ermordet wurde. Die mit dem Leben davongekommen sagten aus, ein Faustschlag auf den Kopf habe sie wie ein Wetterstrahl niedergestürzt und aus der Betäubung erwacht, hätten sie sich beraubt und am ganz anderen Ort als da, wo sie der Schlag getroffen wiedergefunden. Die Ermordeten, wie sie beinahe jeden Morgen auf der Straße oder in den Häusern lagen, hatten alle dieselbe tödliche Wunde. Einen Dolchstich ins Herz, nach dem Urteil, der Ärzte so schnell und sicher tötend, dass der Verwundete keines Lautes mächtig zu Boden sinken mußte. Wer war an dem üppigen Hofe Ludwigs des Vierzehnten, der nicht in einen geheimen Liebeshandel verstrickt, spät zur Geliebten schlich und manchmal ein reiches Geschenk bei sich trug? Als stünden die Gauner mit Geistern im Wunde, wußten sie genau, wenn sich so etwas zutragen sollte. Oft erreichte der Unglückliche nicht das Haus, wo er Liebesglück zu genießen dachte. Oft fiel er auf der Schwelle ja vor dem Zimmer der Geliebten, die mit Entsetzen den blutigen Leichnam fand. Vergebens ließ Argençon, der Polizeiminister, alles aufgreifen, in Paris, was von dem Volk nur irgend verdächtig schien. Vergebens wütete Larigny und suchte Geständnisse zu erpressen, vergebens wurden Wachen, Patrouillen verstärkt, die Spur der Täter war nicht zu finden. Nur die Vorsicht, sich bis an die Zähne zu bewaffnen und sich eine Leuchte vortragen zu lassen, half einigermaßen, und doch fanden sich Beispiele, dass der Diener mit Steinwürfen geängstet und der Herr in demselben Augenblick ermordet und beraubt wurde. Merkwürdig war es, dass aller Nachforschungen auf allen Plätzen, wo Juwelenhandel nur möglich war, unerachtet nicht das Mindeste von den geraubten Kleinodien zum Vorschein kam, und also auch hier keine Spur sich zeigte, die hätte verfolgt werden können. Degrè schäumte vor Wut, dass selbst seiner List die Spitzbuben zu entgehen wussten. Das Viertel der Stadt, in dem er sich gerade befand, blieb verschont, während in den anderen, wo keiner Böses geahnt, der Raubmord seiner reichen Opfer erspähte. Degrè besann sich auf ein Kunststück, mehrere Degrè's zu schaffen, sich untereinander so ähnlich an Gang, Stellung, Sprache, Figur, Gesicht, dass selbst die Häscher nicht wussten, wo der rechte Degrè steckte. Unterdessen lauschte er, sein Leben wagend, allein in den geheimsten Schlupfwinkeln und folgte von weitem diesem oder jenem, der auf seinen Anlass einen reichen Schmuck bei sich trug. Der blieb unangefochten. Also auch von dieser Maßregel waren die Gauner unterrichtet. Degrè geriet in Verzweiflung. Eines Morgens kommt Degrè zu dem Präsidenten Larigny, blass, entstellt, außer sich. »Was habt ihr? Was für Nachrichten? Fandet ihr die Spur?« ruft ihm der Präsident entgegen. »Ha, gnädiger Herr,« fängt Degrè an, vor Wut stammelt, »ha gnädiger Herr,«, »gestern in der Nacht, und fern des Louvre, ist der Marquis de la Farre angefallen worden, in meiner Gegenwart.« »Himmel und Erde,« jauchzt der Renier vor Freude, »wir haben sie.« »Oh, hört nur,« fällt Degrè mit bitterm Lächeln ein, »oh, hört nur erst, wie sich alles begeben.« Am Louvre stehe ich also und passe die ganze Hölle in der Brust auf die Teufel, die meiner spotten. Da kommt mit unsicheren Schritten immer hinter sich schauend eine Gestalt dicht bei mir vorüber, ohne mich zu sehen. Im Mondeschimmer erkenne ich den Marquis de la Farre. Ich konnte ihn da erwarten, ich wusste, wo er hinschlich. Kaum ist er zehn, zwölf Schritte bei mir vorüber, da springt wie aus der Erde herauf eine Figur, schmettert ihn nieder und fällt über ihn her. Unbesonnen, überrascht von dem Augenblick, der den Mörder in meine Hand liefern konnte, schrie ich laut auf und will mit einem gewaltigen Sprunge aus meinem Schlupfwinkel heraus auf ihn zusetzen. Da verwickle ich mich in den Mantel und falle hin. Ich sehe den Menschen wie auf den Flügeln des Windes forteilen. Ich rapple mich auf und renne ihm nach. Laufend stoße ich in mein Horn, aus der Ferne antworten die Pfeifen der Häscher. Es wird lebendig, Waffen geklärt, Pferde getrappelt von allen Seiten. Hierher, hierher, degré, degré, schreie ich, daß es durch die Straßen halt. Immer sehe ich den Menschen vor mir im hellen Mondschein, wie er mich zu täuschen da, dort einbiegt. Wir kommen in die Straße, in die Säse, da scheinen seine Kräfte zu sinken. Ich strenge die meinen gedoppelt an. Noch fünfzehn Schritte, höchstens hat er Vorsprung. Ihr holt ihn ein, ihr packt ihn, die Häscher kommen, ruft Larignier mit blitzenden Augen, indem er degré beim Arm ergreift, als sei der der fliehende Mörder selbst. »Fünfzehn Schritte«, fährt degré mit dumpfer Stimme und mühsam atmend fort, »fünfzehn Schritte vor mir«, »springt der Mensch auf die Seite in den Schatten und verschwindet durch die Mauer.« »Verschwindet durch die Mauer?« »Seid ihr rasend«, ruft Larignier, indem er zwei Schritte zurücktritt und die Hände zusammenschlägt. »Nennt mich«, fährt degré fort, sich die Stirne reibend wie einer, den böse Gedanken plagen, »nennt mich, gnädiger Herr, immerhin einen rasenden, einen törichten Geister sehe, aber es ist nicht anders, als wie ich es euch erzähle.« Erstarrt stehe ich vor der Mauer, als mehrere Häscher atemlos herbeikommen, mit ihnen der Marquis de la Farre, der sich aufgerafft, den bloßen Degen in der Hand. Wir zünden die Fackeln an, wir tappen an der Mauer hin und her, keine Spur einer Tür, eines Fensters einer Öffnung. Es ist eine starke steinerne Hofmauer, die sich an ein Haus lehnt, in dem Leute wohnen, gegen die auch nicht der leiseste Verdacht aufkommt. Noch heute habe ich alles in genauen Augenschein genommen. Der Teufel selbst ist es, der uns foppt. De Gris' Geschichte wurde in Paris bekannt. Die Köpfe waren erfüllt von den Zaubereien, Geister, Beschwörungen, Teufelsbündnissen, der Voix-Saint, des Vigoureux, des berüchtigten Priesters Le Sage. Und wie es denn nun in unserer ewigen Natur liegt, dass der Hang zum Übernatürlichen, zum Wunderbaren, alle Vernunft überbietet, so glaubte man bald nichts Geringeres, als dass, wie De Gris nur im Unmut gesagt, wirklich der Teufel selbst die verruchten Schütze, die ihm ihre Seele verkauft. Man kann es sich denken, dass De Gris' Geschichte mancherlei tollen Schmuck erhielt. Die Erzählung davon mit einem Holzschnitt darüber, eine grässliche Teufelsgestalt vorstellend, die vor dem erschrockenen De Gris in die Erde versinkt wurde gedruckt und an allen Ecken verkauft. Genug, das Volk einzuschüchtern und selbst den Häschern allen Mut zu nehmen, die nun zur Nachtzeit mit Zittern und Zargen, die Straßen durch Irrten, mit Amuletten behängt und eingeweiht in Weihwasser. Argentin sah die Bemühungen der Chambre Ardant scheitern und ging den König an, für das neue Verbrechen ein Gerichtshof zu ernennen, der mit noch ausgedehnterer Macht den Täter nachspüre und sie strafe. Der König überzeugt, schon der Chambre Ardant zu viel Gewalt gegeben zu haben, erschüttert von dem Gräuel unzähliger Hinrichtungen, die der blutgierige Larignée veranlasst, wies den Vorschlag gänzlich von der Hand. Man wählte ein anderes Mittel, den König für die Sache zu beleben. In den Zimmern der Maintenance, wo sich der König nachmittags aufzuhalten und wohl auch mit seinen Ministern bis in die späte Nacht hinein zu arbeiten pflegte, wurde ihm ein Gedicht überreicht im Namen der gefährdeten Liebhaber, welche klagten, dass, gebiete ihnen die Galanterie der Geliebten ein reiches Geschenk zu bringen, sie allemal ihr Leben daran setzen müssten. Ehre und Lust sei es, im ritterlichen Kampf sein Blut für die Geliebte zu verspritzen. Anders verhalte es sich aber mit dem heimtückischen Anfall des Mörders, wider den man sich nicht wappnen könne. Ludwig, der leuchtende Polarstern aller Liebe und Galanterie, der möge hell aufstrahlen, die finstere Nacht zerstreuen und so das schwarze Geheimnis, das darin verborgen, enthüllen. Der göttliche Held, der seine Feinde niederschmettert, werde nun auch sein siegreich funkelndes Schwert zücken und wie Herkules die lernäische Schlange, wie Theseus den Minotaur, das bedrohliche Ungeheuer bekämpfen, das alle Liebeslust wegzehre und alle Freude verdüstere in tiefes Leid, in trostlose Trauer. So ernst die Sache auch war, so fehlte es diesem Gedicht doch nicht vorzüglich in der Schilderung, wie die Liebhaber auf dem heimlichen Schleichwege zur Geliebten sich ängstigen müßten, wie die Angst schon alle Liebeslust jedes schöne Abenteuer der Galanterie im Aufkeimen töte, an geistreich witzigen Wendungen. Kam nun noch hinzu, dass beim Schluss alles in einer hochtrabenden Rede auf Ludwig XIV. ausging, so konnte es nicht fehlen, dass der König das Gedicht mit sichtlichem Wohlgefallen durchlas. Damit zustande gekommen, drehte er sich, die Augen nicht wegwendend von dem Papier, rasch um zur Maintenance, las das Gedicht noch einmal mit lauter Stimme ab und fragte dann anmutig lächelnd, was sie von den Wünschen der gefährdeten Liebhaber halte. Die Maintenance ihrem ernsten Sinne treu und immer in der Farbe einer gewissen Frömmigkeit erwiderte, dass geheime verbotene Wege eben keines besonderen Schutzes würdig, die entsetzlichen Verbrecher aber wohl besonderer Maßregeln zu ihrer Vertilgung wert wären. Der König, mit dieser schwankenden Antwort unzufrieden, schlug das Papier zusammen und wollte zurück zu dem Staatssekretär, der in dem anderen Zimmer arbeitete. Als ihm bei einem Blick, den er seitwärts warf, die Sküterie ins Auge fiel, die zugegen war und eben unfern der Maintenance auf einem kleinen Lehnsessel Platz genommen hatte. Auf diese schritt er nun los. Das anmutige Lächeln, das erst um Mund und Wangen spielte und das Verschwunden, gewann wieder Oberhand und dicht vor dem Fräulein stehend und das Gedicht wieder auseinanderfaltend sprach er sanft, »Die Marquise mag nun einmal von den Galanterien unserer verliebten Herren nichts wissen und weicht mir aus auf Wegen, die nichts weniger als verboten sind, aber ihr, mein Fräulein, was haltet ihr von diesem dichterischen Bittgesuch?« Die Sküterie stand ehrerbietig auf von ihrem Lehnsessel, ein flüchtiges Rot überflog wie Abendpurpur die blassen Wangen der alten, würdigen Dame, sie sprach sich leise verneigend mit niedergeschlagenen Augen, »Ein Liebender, der Diebe fürchtet, ist der Liebe nicht würdig.« Der König, ganz verstaunt über den ritterlichen Geist dieser wenigen Wörter, die das ganze Gedicht mit seinen ellenlangen Tiraden zu Boden schlugen, rief mit blitzenden Augen, »Beim heiligen Dionys, ihr habt recht, Fräulein, keine blinde Maßregel, die den Unschuldigen trifft, mit dem Schuldigen soll die Feigheit schützen, mögen Argenson und Larigny das Irriton.« Alle die Gräuel der Zeit schilderte nun die Martinière mit den lebhaftesten Farben, als sie am anderen Morgen ihrem Fräulein erzählte, was sich in voriger Nacht zugetragen und übergab ihr zitternd und zagend das geheimnisvolle Kästchen. Sowohl sie als Baptiste, der ganz verblasst in der Ecke stand und vor Angst und Beklommenheit die Nachtmütze in den Händen knetend kaum sprechen konnte, baten das Fräulein auf das Wehmütigste, um aller heiligen Willen doch nur mit möglichster Behutsamkeit das Kästchen zu öffnen. Die Sküderie, das verschlossene Geheimnis in der Hand wiegend und prüfend, sprach lächelnd, »Ihr seht beide Gespenster! Dass ich nicht reich bin, dass bei mir keine Schätze eines Mordes wert zu holen sind, das wissen die verruchten Meuchelmörder da draußen, die, wie ihr selbst sagt, das Innerste der Häuser erspähen, wohl ebenso gut als ich und ihr. Auf mein Leben soll es abgesehen sein? Wem kann was an dem Tode liegen einer Person von 73 Jahren, die niemals andere verfolgte als die böse Wichter und Friedensstörer in den Romanen, die sie selbst schuf, die mittelmäßige Verse macht, welche niemandes Neid erregen können, die nichts hinterlassen wird als den Staat des alten Fräuleins, das bisweilen an den Hof ging und ein paar Dutzend gut eingebundener Bücher mit vergoldetem Schnitt. Und du, Martinier, du magst nun die Erscheinung des fremden Menschen so schreckhaft beschreiben, wie du willst, doch kann ich nicht glauben, dass er Böses im Sinne getragen. Also, die Martinier prallte drei Schritte zurück, Baptist sank mit einem dumpfen Ach halb in die Knie, als das Fräulein nun an einen hervorragenden stählernen Knopf drückte und der Deckel des Kästchens mit Geräusch aufspann. Wie erstaunte das Fräulein, als ihr aus dem Kästchen ein paar goldene, reich mit Juwelen besetzte Armbänder und eben an solcher Halsschmuck entgegenfunkelten. Sie nahm das Geschmeide heraus, und indem sie die wundervolle Arbeit des Halsschmucks lobte, bewunderte die Martinier die reichen Armbänder und rief einmal über das andere, dass ja selbst die eitle Montespan nicht solchen Schmuck besitze. »Aber was soll das? Was hat das zu bedeuten?« sprach die Sküderie. In dem Augenblick gewahrte sie auf dem Boden des Kästchens einen kleinen, zusammengefalteten Zettel. Mit Recht hoffte sie, den Aufschluss des Geheimnisses darin zu finden. Der Zettel, kaum hatte sie, was er enthielt gelesen, entfiel ihren zitternden Händen. Sie warf einen sprechenden Blick zum Himmel und sank dann wie halb ohnmächtig in den Lehnsessel zurück. Erschrocken sprang die Martinier, sprang Baptiste ihr bei. »Oh«, rief sie nun mit von Tränen halberstickter Stimme, »oh, der Kränkung, oh, der tiefen Beschämung! Muss mir das noch geschehen im hohen Alter? Hab ich denn im törichten Leichtsinn gefrevelt wie ein junges, unbesonnes Ding? Oh Gott, sind Worte, halb im Scherz hingeworfen, solcher grässlichen Deutung fähig? Darf man mich, die ich der Tugend getreu und der Frömmigkeit tadellos blieb von Kindheit an, darf man mich des Verbrechens des teuflischen Bündnisses sein?« Das Fräulein hielt das Schnupftuch vor die Augen und weinte und schluchzte heftig, sodass die Martinier und Baptiste ganz verwirrt und beklommen nicht wußten, wie ihrer guten Herrschaft beistehen in ihrem großen Schmerz. Die Martinier hatte den verhängnisvollen Zettel von der Erde aufgehoben. Auf demselben stand Euer scharfsinniger Geist, hochgeärte Dame, hat uns, die wir an der Schwäche und Feigheit das Recht des Stärkern üben und uns Schätze zueignen, die auf unwürdige Weise vergeudet werden sollten, vor großer Verfolgung errettet. Als ein Beweis unserer Dankbarkeit, nehmt gütig diesen Schmuck an. Es ist das Kostbarste, was wir seit langer Zeit haben auftreiben können, wie wohl euch würdige Dame viel Schöneres geschmeidet zieren sollte, als dieses nun eben ist. Wir bitten, dass ihr uns eure Freundschaft und euer huldvolles Andenken nicht entziehen möget. Die Unsichtbaren »Ist es möglich«, rief die Sküterie, als sie sich einigermaßen erholt hatte, »ist es möglich, dass man die schamlose Frechheit den verruchten Hohn so weit treiben kann?« Die Sonne schien hell durch die Fenstergardinen von hochroter Seide, und so kam es, dass die Brillanten, welche auf dem Tische neben dem offenen Kästchen lagen, in rötlichem Schimmer aufblitzten. Hinblickend verhüllte die Sküterie voll entsetzend das Gesicht und befahl der Martinier, das fürchterliche Geschmeide, an dem das Blut der ermordeten Klebe, augenblicklich vorzuschaffen. Die Martinier, nachdem sie Halsschmuck und Armbänder sogleich in das Kästchen verschlossen, meinte, dass es wohl am geratensten sein würde, die Juwelen dem Polizeiminister zu übergeben und ihm zu vertrauen, wie sich alles mit der beängstigenden Erscheinung des jungen Menschen und der Einhändigung des Kästchens zugetragen. Die Sküterie stand auf und schritt schweigend langsam im Zimmer auf und nieder, als sinne sie erst nach, was nun zu tun sei. Dann befahl sie dem Baptiste, einen Tragsessel zu holen, der Martinier aber sie anzukleiden, weil sie auf der Stelle hin wolle, zum Marquise de Maintenon. Sie ließ sich hintragen zur Marquise gerade zu der Stunde, als diese, wie die Sküterie wußte, sich allein in ihren Gemächern befand. Das Kästchen mit den Juwelen nahm sie mit sich. Wohl mußte die Marquise sich hoch verwundern, als sie das Fräulein, sonst die Würde, ja trotz ihrer hohen Jahre die Liebenswürdigkeit, die Anmut selbst eintreten sah. Blass, entstellt, mit wankenden Schritten. »Was um aller heiligen Willen ist euch widerfahren?« rief sie der armen, beängsteten Dame entgegen, die ganz außer sich selbst kaum imstande, sich aufrechtzuerhalten, nur schnell den Lehnsessel zu erreichen suchte, den ihr die Marquise hinschub. Endlich des Wortes wieder mächtig erzählte das Fräulein, welche tiefe, nicht zu verschmerzende Kränkung ihr jener unbedachtsame Scherz, mit dem sie das Bittgesuch der gefährdeten Liebhaber beantwortet, zugezogen habe. Die Marquise, nachdem sie alles von Moment zu Moment erfahren, urteilte, dass die Sküterie sich das sonderbare Ereignis viel zu sehr zu Herzen nehme, dass der hohen, verruchten Gesindels nie ein frommes, edles Gemüt treffen könne, und verlangte zuletzt, den Schmuck zu sehen. Die Sküterie gab ihr das geöffnete Kästchen, und die Marquise konnte sich, als sie das köstliche Geschmeide erblickte, des lauten Ausrufs der Verwunderung nicht erwehren. Sie nahm den Halsschmuck, die Armbänder heraus, und trat damit an das Fenster, wo sie bald die Juwelen an der Sonne spielen ließ, bald die zierliche Goldarbeit ganz nahe vor die Augen hielt, um nur recht zu erschauen, mit welcher wundervollen Kunst jedes kleine Häkchen der verschlungenen Ketten gearbeitet war. Auf einmal wandte sich die Marquise rasch um nach dem Fräulein und rief, wisst ihr wohl, Fräulein, dass diese Armbänder, diesen Halsschmuck niemand anders gearbeitet haben kann als René Cardiac? René Cardiac war damals der geschickteste Goldarbeiter in Paris, einer der kunstreichsten und zugleich sonderbarsten Menschen seiner Zeit. Eher klein als groß, aber breitschultrig und von starkem, muskulösem Körperbau, hatte Cardiac hoch in die 50er Jahre vorgerückt noch die Kraft der Beweglichkeit des Jünglings. Von dieser Kraft, die ungewöhnlich zu nennen, zeugte auch das dicke, krause, rötliche Haupthaar und das gedrungene, gleißende Antlitz. Wäre Cardiac nicht in Paris als der rechtlichste Ehrenmann, uneigennützig, offen, ohne Hinterhalt, stets zu helfen, bereit bekannt gewesen, sein ganz besonderer Blick aus kleinen, tief liegenden, grün funkelnden Augen hätten ihn in den Verdacht heimlicher Tücke und Bosheit bringen können. Wie gesagt, Cardiac war in seiner Kunst der geschickteste nicht sowohl in Paris als vielleicht überhaupt seiner Zeit. Innig vertraut mit der Natur der Edelsteine, wußte er sie auf eine Art zu behandeln und zu fassen, dass der Schmuck, der erst für unscheinbar gegolten, aus Cardiacs Werkstatt hervorging, in glänzender Pracht. Jeden Auftrag übernahm er mit brennender Begierde und machte einen Preis, der, so gering er war, mit der Arbeit in keinem Verhältnis zu stehen schien. Dann ließ ihm das Werk keine Ruhe. Tag und Nacht hörte man ihn in seiner Werkstatt hämmern, und oft war die Arbeit beinahe vollendet, missfiel ihm plötzlich die Form. Er zweifelte an der Zierlichkeit irgendeiner Fassung der Juwelen, irgendeines kleinen Häkchens. Anlass genug, die ganze Arbeit wieder in den Schmelztiegel zu werfen und von Neuem anzufangen. So wurde jede Arbeit ein reines, unübertreffliches Meisterwerk, das den Besteller in Erstaunen setzte. Aber nun war es kaum möglich, die fertige Arbeit von ihm zu erhalten. Unter tausend Vorwänden hielt er den Besteller hin von Woche zu Woche, von Monat zu Monat. Vergebens bot man ihm das Doppelte für die Arbeit. Nicht einen Louis mehr als den bedungenen Preis wollte er nehmen. Mußte er dann endlich dem Andringen des Bestellers weichen und den Schmuck herausgeben, so konnte er sich aller Zeichen des tiefsten Verdrusses, ja einer inneren Wut, die in ihm kochte, nicht erwehren. Hatte er ein bedeutenderes, vorzüglich reiches Werk vielleicht viele Tausende an Wert bei der Kostbarkeit der Juwelen, bei der überzierlichen Goldarbeit abliefern müssen. So war er imstande, wie unsinnig umherzulaufen, sich seine Arbeit alles um sich her verwünschend. Aber so wie einer hinter ihm herrannte und laut schrie, René Cardillac, möchtet ihr nicht einen schönen Halsschmuck machen für meine Braut, Armbänder für mein Mädchen und so weiter. Dann stand er plötzlich still, blitzte den an mit seinen kleinen Augen und fragte die Hände reibend, »Was habt ihr denn?« Der zieht nun ein Schächtelchen hervor und spricht, »Hier sind Juwelen, viel Sonderliches ist es nicht, gemeines Zeug doch unter euren Händen.« Cardillac lässt ihn nicht ausreden, reißt ihm das Schächtelchen aus den Händen, nimmt die Juwelen heraus, die wirklich nicht viel wert sind, hält sie gegen das Licht und ruft voll Entzücken, »Gemeines Zeug mit Nichten, hübsche Steine, herrliche Steine, lasst mich nur machen.« Und wenn es euch auf eine Handvoll Louis nicht ankommt, so will ich noch ein paar Steinchen hineinbringen, die euch in die Augen funkeln sollen, wie die liebe Sonne selbst. Der spricht, »Ich überlasse euch alles, Meister René, und zahle, was ihr wollt. Ohne Unterschied. Mag er nun ein reicher Bürgersmann oder ein vornehmer Herr vom Hofe sein, wirft sich Cardillac ungestüm an seinen Hals und drückt und küsst ihn und spricht, nun sei er wieder ganz glücklich und in acht Tagen werde die Arbeit fertig sein.« Er rennt über Hals und Kopf nach Hause hinein in die Werkstatt und hämmert drauf los und in acht Tagen ist ein Meisterwerk zustande gebracht. Aber so wie der, der es bestellte, kommt, mit Freuden die geforderte geringe Summe bezahlen und den fertigen Schmuck mitnehmen will, wird Cardillac verdrießlich, grob, trotzig. »Aber Meister Cardillac, bedenkt, morgen ist meine Hochzeit.« »Ach, was schädt mich, eure Hochzeit.« Fragt in vierzehn Tagen wieder nach. »Der Schmuck ist fertig, hier liegt das Geld, ich muss ihn haben.« »Und ich sage euch, dass ich noch manches an dem Schmuck ändern muss und ihn heute nicht herausgeben werde.« »Und ich sage euch, dass, wenn ihr mir den Schmuck, den ich euch allenfalls doppelt bezahlen will, nicht herausgebt, im Guten, ihr mich gleich mit Argent-Sans dienstbaren Trabanten anrücken sehen sollt.« »Nun so quäle euch der Sartal mit hundert glühenden Kneipzangen und hänge drei Zentner an den Halsschmuck, damit er eure Braut erdrossle.« Und damit steckte Cardillac dem Bräutigam den Schmuck in die Busentasche, ergreift ihn beim Arm, wirft ihn zur Stubentür hinaus, dass er die ganze Treppe hinabpoltert und lacht wie der Teufel zum Fenster hinaus, wenn er sieht, wie der arme junge Mensch das Schnupftuch vor der blutigen Nase aus dem Hause hinaushingt.« Gar nicht zu erklären war es auch, dass Cardillac oft, wenn er mit Enthusiasmus eine Arbeit übernahm, plötzlich den Besteller mit allen Zeichen des im innersten aufgeregten Gemüts, mit den erschütterndsten Beteuerungen, ja unter Schluchzen und Tränen bei der Jungfrau und allen Heiligen beschwor, ihm das unternommene Werk zu erlassen. Manche der von dem Könige, von dem Volke hochgeachtetsten Personen hatten vergebens große Summen geboten, um nur das kleinste Werk von Cardillac zu erhalten. Er warf sich dem Könige zu Füßen und flehte um die Huld, nichts für ihn arbeiten zu dürfen. Ebenso verweigerte er der Maintenant jede Bestellung. Ja, mit dem Ausdruck des Abscheus und Entsetzens verwarf er den Antrag derselben, einen kleinen, mit den Emblemen der Kunst verzierten Ring zu fertigen, den Racine von ihr erhalten sollte. »Ich wette«, sprach der Herr herzukommen, »weil er vielleicht eine Bestellung fürchtet und doch durchaus nichts für mich arbeiten will.« Wiewohl er seit einiger Zeit abzulassen, scheint von seinem starren Eigensinn, denn wie ich höre, arbeitet er jetzt fleißiger als je und liefert seine Arbeit ab auf der Stelle, jedoch noch immer mit tiefem Verdruss und weggewandtem Gesicht.« Die Sküderie, der auch viel daran gelegen, dass, sei es noch möglich, der Schmuck bald in die Hände des rechtmäßigen Eigentümers komme, meinte, dass man dem Meister Sonderling ja gleich sagen lassen könne, wie man keine Arbeit, sondern nur sein Urteil über Juwelen verlange. Das billigte die Marquise. Es wurde nach Cardillac geschickt und, als sei er schon auf dem Wege gewesen, trat er nach Verlauf weniger Zeit in das Zimmer. Er schien, als er die Sküderie erblickte, betreten und wie einer der von dem Unerwarteten plötzlich getroffen die Ansprüche des Schicklichen, wie sie der Augenblick darbietet, vergisst, neigte er sich zuerst tief und ehrfurchtsvoll vor dieser ehrwürdigen Dame und wandte sich dann erst zur Marquise. Die frug ihn hastig, indem sie auf das Geschmeide wies, das auf dem dunkelgrün behängten Tische funkelte, ob das seine Arbeit sei. Cardillac warf kaum einen Blick darauf und packte der Marquise ins Gesicht starrend Armbänder und Halsschmuck schnell ein in das Kästchen, das daneben stand und das er mit Heftigkeit von sich wegschob. Nun sprach er, indem ein hässliches Lächeln auf seinem roten Antlitz gleiste, »In der Tat, Frau Marquise, man muss René Cardillacs Arbeit schlecht kennen, um nur einen Augenblick zu glauben, dass irgendein anderer Goldschmied in der Welt solchen Schmuck fassen könne. Freilich ist das meine Arbeit.« »So sagt denn«, fuhr die Marquise fort, »für wen ihr diesen Schmuck gefertigt habt?« »Für mich ganz allein«, erwiderte Cardillac. »Ja, ihr möget«, fuhr er fort, als beide die Mantenon und die Sküderie in ganz verwundert anblickten, jene voll Misstrauen, diese voll banger Erwartung, wie sich nun die Sache wenden würde. »Ja, ihr möget das nun seltsam finden, Frau Marquise, aber es ist dem so.« Bloß der schönen Arbeit willen suchte ich meine besten Steine zusammen und arbeitete aus Freude daran fleißiger und sorgfältiger als jemals. Vor weniger Zeit verschwand der Schmuck aus meiner Werkstatt auf unbegreifliche Weise. »Dem Himmel sei es gedankt«, rief die Sküderie, indem ihr die Augen vor Freude funkelten, und sie rasch und behende, wie ein junges Mädchen, von ihrem Lehnstuhl aufsprang, auf den Cardillac losschritt und beide Hände auf seine Schultern legte. »Empfangt«, sprach sie dann, »empfangt Meister René das Eigentum, das euch verruchte Spitzbuben raubten, wieder zurück.« Nun erzählte sie ausführlich, wie sie zu dem Schmuck gekommen. Cardillac hörte alles schweigend mit niedergeschlagenen Augen an. Nur mitunter stieß er ein unvernehmliches »Hm«, »so«, »hey«, »hoho«, aus und warf bald die Hände auf den Rücken, bald streichelte er leise Kinn und Wange. Als nun die Sküderie geendet, war es als Kämpfe Cardillac mit ganz besonderen Gedanken, die währenddessen ihm gekommen, und als wolle irgendein Entschluss sich nicht fügen und fördern.« Er rieb sich die Stirne, er seufzte, er fuhr mit der Hand über die Augen, wohl gar um hervorbrechende Tränen zu steuern. Endlich ergriff er das Kästchen, das ihm die Sküderie darbot, ließ sich auf ein Knie langsam nieder und sprach, »Euch, edles, würdiges Fräulein, hat das Verhängnis diesen Schmuck bestimmt. Ja, nun weiß ich es erst, dass ich während der Arbeit an Euch dachte. Ja, für Euch arbeitete. Verschmäht es nicht, diesen Schmuck als das Beste, was ich wohl seit langer Zeit gemacht, von mir anzunehmen und zu tragen.« »Ei, ei«, erwiderte die Sküderie anmutig scherzend, »wo denkt Ihr hin, Meister René, steht es mir denn an, in meinen Jahren mich noch so herauszuputzen mit blanken Steinen?« »Und wie kommt Ihr denn dazu, mich so überreich zu beschenken?« »Geht, geht, Meister René. Wär ich so schön wie die Marquise de Fontanie und reich in der Tat, ich ließe den Schmuck nicht aus den Händen, aber was soll diesen welken Armen die eitle Pracht? Was soll diesem verhüllten Hals der glänzende Putz?« Kardiak hatte sich indessen erhoben und sprach wie außer sich mit verwildertem Blick, indem er fortwährend das Kästchen der Sküderie hinhielt. »Tut mir die Barmherzigkeit, Fräulein, und nehmt den Schmuck. Ihr glaubt es nicht, welche tiefe Verehrung ich für Eure Tugend, für Eure hohen Verdienste im Herzen trage. Nehmt doch mein geringes Geschenk nur für das Bestreben an, Euch recht meine innerste Gesinnung zu beweisen.« Als nun die Sküderie immer noch zögerte, nahm die Mertonon das Kästchen aus Kardiaks Händen sprechend. »Nun, beim Himmel, Fräulein, immer redet Ihr von Euren hohen Jahren. Was haben wir, ich und Ihr mit den Jahren zu schaffen und ihrer Last? Und tut Ihr denn nicht eben wie ein junges, verschämtes Ding, das gern zulangen möchte, nach der dargebotenen süßen Frucht? Könnte das nur geschehen ohne Hand und ohne Finger?« Schlag dem wackeren Meister René nicht ab. »Das freiwillig, als Geschenk zu empfangen, was tausend anderen nicht erhalten können, alles Goldes, alles Bittens und Flehens, unerachtet.« Die Mertonon hatte der Sküderie das Kästchen währenddessen aufgedrungen, und nun stürzte Kardiak nieder auf die Knie, küßte der Sküderie den Rock, die Hände, stöhnte, seufzte, weinte, schluchzte, sprang auf, rannte wie unsinnig, Sesseltische umstürzend, dass Porzellangläser zusammen klirrten in toller Hast von Danne. Ganz erschrocken rief die Sküderie, »Um aller heiligen Willen, was widerfährt dem Menschen?« Doch die Marquise in besonderer heiterer Laune, bis zu sonst ihr ganz fremdem Mutwillen, schlug eine helle Lache auf und sprach, »Da haben wir's, Fräulein Meister René ist in euch sterblich verliebt und beginnt nach richtigem Brauch und bewährter Sitte echter Galanterie, euer Herz zu bestürmen mit reichen Geschenken.« Die Mertonon führte diesen Scherz weiter aus, indem sie die Sküderie ermahnte, nicht so grausam zu sein gegen den verzweifelten Liebhaber, und diese wurde, raumgebend angeborener Laune, hingerissen in den sprudelnden Strom tausend lustiger Einfälle. Sie meinte, dass sie, stünden die Sachen nun einmal so, endlich besiegt wohl nicht werde umhin können, der Welt das unerhörte Beispiel einer 73-jährigen Goldschmiedsbraut von untadeligem Adel aufzustellen. Die Mertonon erbot sich, die Brautkrone zu flechten und sie über die Pflichten einer guten Hausfrau zu belehren, wovon freilich so ein kleiner Kick in die Welt von Mädchen nicht viel wissen könne. Da nun endlich die Sküderie aufstand, um die Marquise zu verlassen, wurde sie, alles lachenden Scherzes ungeachtet, doch wieder sehr ernst, als ihr das Schmuckkästchen zur Hand kam. Sie sprach, »Doch, Frau Marquise, werde ich mich dieses Schmuckes niemals bedienen können. Er ist, mag es sich nun zugetragen haben, wie es will, einmal in den Händen jener höllischen Gesellen gewesen, die mit der Frechheit des Teufels ja wohl gar in verdammtem Bündnis mit ihm rauben und morden. Mir graust vor dem Blute, das einem funkelnden Geschmeide zu kleben scheint.« »Und nun hat selbst Kardiax betragen, ich muss es gestehen, für mich etwas sonderbar Ängstliches und Unheimliches. Nicht erwehren kann ich mich einer dunklen Ahnung, das hinter diesem allem irgendein grauenvolles, entsetzliches Geheimnis verborgen. Und bringe ich mir die ganze Sache recht deutlich vor Augen mit jedem Umstand, so kann ich doch wieder gar nicht auch nur ahnen, worin das Geheimnis bestehe und wie überhaupt der ehrliche, wacke Meister René das Vorbild eines guten frommen Bürgers mit irgendetwas Bösem, Verdammlichem zu tun haben soll. So viel ist aber gewiß, dass ich niemals mich unterstehen werde, den Schmuck anzulegen.« Die Marquise meinte, das hieße die Skrupel zu weit treiben. Als nun aber die Sküderie sie auf ihr Gewissen fragte, was sie in ihrer der Sküderie-Lage wohl tun würde, antwortete sie ernst und fest, weit eher den Schmuck in die Seine werfen, als ihn jemals tragen. Den Auftritt mit dem Meister René brachte die Sküderie in gar anmutige Verse, die sie den folgenden Abend in den Gemächern dem Erntenant dem Könige vorlas. Wohl mag es sein, dass sie auf Kostenmeister Renés alle Schauder unheimlicher Ahnung besiegend, das ergötzliche Bild der 73-jährigen Goldschmiedsbraut von uraltem Adel mit lebendigen Farben darzustellen gewußt. Genug, der König lachte bis ins Innerste hinein und schwur, dass Boileau de Preau seinen Meister gefunden, weshalb der Sküderie-Gedicht für das Witzigste galt, das jemals geschrieben. Mehrere Monate waren vergangen, als der Zufall es wollte, dass die Sküderie in der Glaskutsche der Herzogin von Montancier über den Pont Neuf fuhr. Noch war die Erfindung der zierlichen Glaskutschen so neu, dass das neugierige Volk sich zudrängte, wenn ein Fuhrwerk derart auf den Straßen erschien. So kam es denn auch, dass der gaffende Pöbel auf dem Pont Neuf die Kutsche der Montancier umringte, beinahe den Schritt der Pferde hemmend. Da vernahm die Sküderie plötzlich ein Geschimpfe und Gefluche und Gewarte, wie ein Mensch mit Faustschlägen und Rippenstößen sich Platz machte durch die dickste Masse. Und wie er näher kam, trafen sie die durchbohrenden Blicke eines todbleichen, gramverstörten Jünglingsantlitzes. Unverwandt schaute der junge Mensch sie an, während er mit ellbogenen Fäusten röstig vor sich wegarbeitete, bis er an den Schlag des Wagens kam, den er mit stürmender Hastigkeit aufriss, der Sküderie einen Zettel in den Schoß warf, und Stöße, Faustschläge austeilend und empfangend verschwand, wie er gekommen. Mit einem Schrei des Entsetzens war, so wie der Mensch am Kutschenschlag erschien, die Martinier, die sich bei der Sküderie befand, entseelt, in die Wagenkissen zurückgesungen. Vergebens riss die Sküderie an der Schnur, rief dem Kutscher zu, der, wie vom bösen Geiste getrieben, peitschte auf die Pferde los, die den Schaum von den Mäulern wegspritzend um sich schlugen, sich bäumten, endlich in scharfem Trab fortdonnerten über die Brücke. Die Sküderie goss ihr Riechfläschchen über die ohnmächtige Frau aus, die endlich die Augen aufschlug und zitternd und bebend sich krampfhaft festklammernd an die Herrschaft, Angst und Entsetzen im bleichen Antlitz mühsam stöhnte. Um der heiligen Jungfrau willen, was wollte der fürchterliche Mensch? Ach, er war es ja, er war es, derselbe, der euch in jener schauervollen Nacht das Kästchen brachte. Die Sküderie beruhigte die Arme, indem sie ihr vorstellte, dass ja durchaus nichts Böses geschehen und dass es nur darauf ankomme, zu wissen, was der Zettel enthalte. Sie schlug das Blättchen auseinander und fand die Worte. »Ein böses Verhängnis, das ihr abwenden konntet, stößt mich in den Abgrund. Ich beschwöre euch, wie der Sohn, die Mutter, von der er nicht lassen kann, in der vollsten Glut kindlicher Liebe, den Halsschmuck und die Armbänder, die ihr durch mich erhieltet, unter irgendeinem Vorwand, um irgendetwas daran bessern, ändern zu lassen, zum Meister René Kardiak zu schaffen. Euer Wohl, euer Leben hängt davon ab. Tut ihr es nicht bis übermorgen, so dringe ich in eure Wohnung und ermorde mich vor euren Augen.« »Nun ist es gewiß«, sprach die Skyderie, als sie dies gelesen, »das mag der geheimnisvolle Mensch auch wirklich zu der Bande verruchter Diebe und Mörder gehören, er doch gegen mich nichts Böses im Schilde führt. Wäre es ihm gelungen, mich in jener Nacht zu sprechen, wer weiß, welches sonderbare Ereignis, welch dunkles Verhältnis der Dinge mir klar worden, von dem ich jetzt auch nur die leiseste Ahnung vergebens in meiner Seele suche. Mag aber auch die Sache sich nun verhalten, wie sie will, das, was mir in diesem Blatt geboten wird, werde ich tun und geschehe es auch nur, um den unseligen Schmuck loszuwerden, der mir ein höllischer Talisman des Bösen selbst düngt. Kardiak wird ihn doch wohl nun seiner alten Sitte getreu nicht so leicht wieder aus den Händen geben wollen.« Schon andern Tages gedachte die Sküderie, sich mit dem Schmuck zu dem Goldschmied zu begeben. Doch war es, als hätten alle schönen Geister von ganz Paris sich verabredet, gerade an dem Morgen das Fräulein mit Versen, Schauspiel in Anekdoten zu bestürmen. Kaum hatte La Chapelle die Szene eines Trauerspiels geendet und schlau versichert, dass er nun wohl Racine zu schlagen gedenke. Als dieser selbst eintrat und ihn mit irgendeines Königs pathetischer Rede zu Boden schlug, bis Boileau seine Leuchtkugeln in den schwarzen, tragischen Himmel steigen ließ, um nur nicht ewig von der Kolonnade des Louvre schwatzen zu hören, in die ihn der architektische Dr. Perrault hineingeengt. Hoher Mittag war geworden, die Sküderie mußte zur Herzogin Montancier, und so blieb der Besuch bei Meister René Cardillac bis zum anderen Morgen verschoben. Die Sküderie fühlte sich von einer besonderen Unruhe gepeinigt. Beständig vor Augen stand ihr der Jüngling, und aus dem tiefsten Innern wollte sich eine dunkle Erinnerung aufregen, als habe sie dies anlitz, diese Züge schon gesehen. Den leisesten Schlummer störten ängstliche Träume, es war ihr, als habe sie leichtsinnig, ja strafwürdig versäumt, die Hand hilfreich zu erfassen, die der Unglückliche in den Abgrund versinkend nach ihr emporgestreckt, ja als sei es an ihr gewesen, irgendeinem verderblichen Ereignis einem heillosen Verbrechen zu steuern. So wie es nur hoher Morgen ließ sie sich ankleiden und fuhr mit dem Schmuckkästchen versehen zu dem Goldschmied hin. Nach der Straße Nisaise, dorthin, wo Cardillac wohnte, strömte das Volk, sammelte sich vor der Haustüre, schrie, lärmte, tobte, wollte stürmend hinein, mit Mühe abgehalten von der Gendarmerie, die das Haus umstellt. Im wilden, verwirrten Getöse riefen zornige Stimmen, zerreißt, zermalmt den verfluchten Mörder. Endlich erscheint de Grey mit zahlreicher Mannschaft, die bildet durch den dicksten Haufen eine Gasse. Die Haustüre springt auf, ein Mensch mit Ketten belastet wird hinausgebracht und unter den gräulichsten Verwünschungen des wütenden Pöbels fortgeschleppt. In dem Augenblick, als die Sküderie halb entseelt vor Schreck und furchtbarer Ahnung dies gewahrt, dringt ein gellendes Jammergeschrei ihr in die Ohren. »Vor! Weiter vor!« ruft sie ganz außer sich dem Kutscher zu, der mit einer geschickten, raschen Wendung den dicken Haufen auseinanderstäubt und dicht vor Cardillacs Haustüre hält. Da sieht die Sküderie de Grey und zu seinen Füßen ein junges Mädchen. Schön wie der Tag, mit aufgelösten Haaren, halb entkleidet, wilde Angst, trostlose Verzweiflung im Anlitz. Die hält seine Knie umschlungen und ruft mit dem Ton des entsetzlichsten, schneidendsten Todesschmerzes, »Er ist ja unschuldig! Er ist unschuldig!« Vergebens sind de Grey's vergebens seiner Leute Bemühungen, sie loszureißen, sie vom Boden aufzurichten. Ein starker, ungeschlachter Kerl ergreift endlich mit plumpen Fäusten die Arme, zerrt sie mit Gewalt weg von de Grey, strauchelt ungeschickt, lässt das Mädchen fahren, die hinabschlägt die steinernen Stufen und lautlos wie tot auf der Straße liegen bleibt. Länger kann die Sküderie sich nicht halten. In Christus' Namen! »Was ist geschehen? Was geht hier vor?«, ruft sie, öffnet rasch den Schlag, steigt aus. Er erbietig weicht das Volk der würdigen Dame, die, als sie sieht, wie ein paar mitleidige Weiber das Mädchen aufgehoben auf die Stufen gesetzt haben, ihr die Stirne mit starkem Wasser reiben, sich dem de Grey nähert und mit Heftigkeit ihre Frage wiederholt. »Es ist das entsetzliche Geschehen«, spricht de Grey. »René Cardiac wurde heute Morgen durch einen Dolchstich ermordet gefunden. Sein Geselle, Olivier Brusson, ist der Mörder. Eben wurde er fortgeführt ins Gefängnis.« »Und das Mädchen«, ruft die Sküderie, »ist«, fällt de Grey ein, »ist Madeleine Cardiacs Tochter.« »Der verruchte Mensch war ihr Geliebter.« »Nun weint und heult sie und schreit einmal übers andere, dass Olivier unschuldig sei, ganz unschuldig.« »Am Ende weiß sie von der Tat, und ich muss sie auch, nach der Conciergerie, dem berüchtigten Pariser Gefängnis bringen lassen.« De Grey warf, als er dies sprach, einen tückischen schadenfrohen Blick auf das Mädchen, vor dem die Sküderie erbebte. Eben begann das Mädchen leise zu atmen, doch keines Lauts, keiner Bewegung mächtig, mit geschlossenen Augen lag sie da, und man wußte nicht, was zu tun, sie ins Haus bringen oder ihr noch länger beistehen bis zum Erwachen. Tief bewegt, Tränen in den Augen, blickte die Sküderie den unschuldsvollen Engel an. Ihr graute vor de Grey und seinen Gesellen. Da polterte es dumpf die Treppe herab, man brachte Cardiacs Leichnam. Schnell entschlossen rief die Sküderie laut, »Ich nehme das Mädchen mit mir. Ihr möget für das Übrige sorgen, de Grey.« Ein dumpfes Murmeln des Beifalls lief durch das Volk, die Weiber hoben das Mädchen in die Höhe, alles drängte sich hinzu, hundert Hände mühten, sich ihnen beizustehen, und wie in den Lüften schwebend wurde das Mädchen in die Kutsche getragen, in dem Segnungen der würdigen Dame, die die Unschuld dem Blutgericht entrissen, von allen Lippen strömten. Serons des berühmtesten Arztes in Paris' Bemühungen gelang es endlich Madeleine, die stundenlang in starrer Bewusstlosigkeit gelegen, wieder zu sich selbst zu bringen. Die Sküderie vollendete, was der Arzt begonnen, indem sie manchen milden Hoffnungsstrahl leuchten ließ in des Mädchens Seele, bis ein heftiger Tränenstrom, der aus ihren Augen stürzte, ihr Luft machte. Sie vermochte, indem nur dann und wann die Übermacht des durchbohrendsten Schmerzes die Worte in tiefem Schluchzen erstickte, zu erzählen, wie sich alles begeben. Um Mitternacht war sie durch leises Klopfen an ihrer Stubentüre geweckt worden und hatte Oliviers Stimme vernommen, der sie beschworen, doch nur gleich aufzustehen, weil der Vater im Sterben liege. Entsetzt sei sie aufgesprungen und habe die Tür geöffnet. Olivier, bleich und entstellt von Schweiß triefend, sei das Licht in der Hand mit wankenden Schritten nach der Werkstatt gegangen, sie ihm gefolgt. Da habe der Vater gelegen mit starren Augen und geröchelt im Todeskampfe. Jammernd habe sie sich auf ihn gestürzt und nun erst sein blutiges Hemde bemerkt. Olivier habe sie sanft weggezogen und sich dann bemüht, eine Wunde auf der linken Brust des Vaters mit Wundbalsam zu waschen und zu verbinden. Währenddessen sei des Vaters Besinnung zurückgekehrt, er habe zu röcheln aufgehört und sie, dann aber Olivier mit seelenvollem Blick angeschaut, ihre Hand ergriffen, sie in Oliviers Hand gelegt und beide heftig gedrückt. Beide, Olivier und sie, wären bei dem Lager des Vaters auf die Knie gefallen, er habe sich mit einem schneidenden Laut in die Höhe gerichtet, sei aber gleich wieder zurückgesunken und mit einem tiefen Seufzer verschieden. Nun hätten sie beide laut gejammert und geklagt. Olivier habe erzählt, wie der Meister auf einem Gange, den er mit ihm auf sein Geheiß in der Nacht habe machen müssen, in seiner Gegenwart ermordet worden und wie er mit der größten Anstrengung den schweren Mann, den er nicht auf den Tod verwundet gehalten, nach Hause getragen. So wie der Morgen angebrochen, wären die Hausleute, denen das Gepolter, das laute Weinen und Jammern in der Nacht aufgefallen, heraufgekommen und hätten sie noch ganz trostlos bei der Leiche des Vaters knieend gefunden. Nun sei Lärm entstanden, die Gendarmerie eingedrungen und Olivier als Mörder seines Meisters ins Gefängnis geschleppt worden. Madelon führte nun die rührendste Schilderung von der Tugend der Frömmigkeit der Treue ihres geliebten Olivier hinzu. Wie er den Meister, als sei er sein eigener Vater hoch in Ehren gehalten, wie dieser seine Liebe in vollem Maß erwidert, wie er ihn trotz seiner Armut zum Schwiegersohn erkoren, weil seine Geschicklichkeit, seiner Treue, seinem edlen Gemüt gleichgekommen. Das alles erzählte Madelon aus dem innersten Herzen heraus und schloß damit, dass wenn Olivier in ihrem Beisein dem Vater den Dolch in die Brust gestoßen hätte, sie dies eher für ein Blendwerk des Satans halten, als daran glauben würde, dass Olivier eines solchen entsetzlichen, grauenvollen Verbrechens fähig sein könne. Die Sküderie von Madelons namenlosen Leiden auf das Tiefste gerührt und ganz geneigt, den armen Olivier für unschuldig zu halten, zog Erkundigungen ein und fand alles bestätigt, was Madelon über das häusliche Verhältnis des Meisters mit seinem Gesellen erzählt hatte. Die Hausleute, die Nachbarn rühmten einstimmig, den Olivier als das Muster eines sittigen, frommen, treuen, fleißigen Betragens, niemand wußte Böses von ihm, und doch war von der grässlichen Tat die Rede, zogte jeder die Achseln und meinte, daran liege etwas Unbegreifliches. Olivier, vor den Gerichtssenat Chambre Ardents gestellt, leugnete, wie die Sküderie vernahm mit der größten Standhaftigkeit, mit dem hellsten Freimut, die ihm Angeschuldigte tat, und behauptete, daß sein Meister in seiner Gegenwart auf der Straße angefallen und niedergestoßen worden, daß er ihn aber noch lebendig nach Hause geschleppt, wo er sehr bald verschieden sei. Auch dies stimmte also mit Madelons Erzählung überein. Immer und immer wieder ließ sich die Sküderie die kleinsten Umstände des schrecklichen Ereignisses wiederholen. Sie forschte genau, ob jemals ein Streit zwischen Meister und Gesellen vorgefallen, ob vielleicht Olivier nicht ganz frei von jenem Jäzorn sei, der oft wie ein blinder Wahnsinn die gutmütigsten Menschen überfällt und zu Taten verleitet, die alle Willkür des Handelns auszuschließen scheinen. Doch je begeisterter Madelon von dem ruhigen, häuslichen Glück sprach, in dem die drei Menschen in innigster Liebe verbunden lebten, desto mehr verschwand jeder Schatten des Verdachts wieder den auf den Tod angeklagten Olivier. Genau alles prüfend, davon ausgehend, daß Olivier unerachtet alles dessen, was laut für seine Unschuld spräche, dennoch Kardiaks Mörder gewesen, fand die Sküderie im Reich der Möglichkeit keinen Beweggrund zu der entsetzlichen Tat, die in jedem Fall Oliviers Glück zerstören musste. Er ist arm, aber geschickt. Es gelang ihm, die Zuneigung des berühmtesten Meisters zu gewinnen. Der liebt die Tochter, der Meister begünstigt seine Liebe, Glück, Wohlstand für sein ganzes Leben wird ihm erschlossen. Sei es aber nun, daß, Gott weiß auf welche Weise gereizt, Olivier vom Zorn übermannt, seinen Wohltäter, seinen Vater mörderisch anfiel. Welche teuflische Heuchelei gehört dazu, nach der Tat sich so zu betragen, als es wirklich geschah? Mit der festen Überzeugung von Oliviers Unschuld faßte die Sküderie den Entschluß, den unschuldigen Jüngling zu retten, koste es, was es wolle. Es schien ihr, ehe sie die Huldes König selbst vielleicht Anrufe am geratensten, sich an den Präsidenten Larigny zu wenden, ihn auf alle Umstände, die für Oliviers Unschuld sprechen mussten, aufmerksam zu machen und so vielleicht in des Präsidenten Seele eine innere, dem Angeklagten günstige Überzeugung zu erwecken, die sich wohltätig den Richtern mitteilen sollte. Larigny empfing die Sküderie mit der hohen Achtung, auf die die würdige Dame von dem Könige selbst hochgeehrt, gerechten Anspruch machen konnte. Er hörte ruhig alles an, was sie über die entsetzliche Tat, über Oliviers Verhältnisse, über seinen Charakter vorbrachte. Ein feines, beinahe hämisches Lächeln war indessen alles, womit er bewies, dass die Beteuerungen, die von häufigen Tränen begleiteten Ermahnungen, wie jeder Richter nicht der Feind des Angeklagten seien, sondern auch auf alles achten müsse, was zu seinen Gunsten spräche, nicht an gänzlich tauben Ohren vorüberglitten. Als das Fräulein nun endlich ganz erschöpft die Tränen von den Augen weg trocknen, schwieg, fing Larigny an. Es ist ganz eures vortrefflichen Herzens würdig, mein Fräulein, dass ihr gerührt von den Tränen eines jungen, verliebten Mädchens alles glaubt, was sie vorbringt. Ja, dass ihr nicht fähig seid, den Gedanken einer entsetzlichen Untat zu fassen. Aber anders ist es mit dem Richter, der gewohnt ist, frecher Heuchelei die Larve abzureißen. Wohl mag es nicht meines Amtes sein, jedem, der mich frägt, den Gang eines Kriminalprozesses zu entwickeln. Fräulein, ich tue meine Pflicht, wenig kümmert mich das Urteil der Welt. Zittern sollen die böse Wichter vor der Chambre ardente, die keine Strafe kennt als Blut und Feuer. Aber von Euch, mein würdiges Fräulein, möchte ich nicht für ein Ungeheuer gehalten werden an Härte und Grausamkeit. Darum vergönnt mir, dass ich Euch mit wenigen Worten die Blutschuld des jungen Bösewichts, der dem Himmel sei es gedankt, der Rache verfallen ist, klar vor Augen lege. Euer scharfsinniger Geist wird dann selbst die Gutmütigkeit verschmähen, die Euch Ehre macht, mir aber gar nicht anstehen würde. Also, am Morgen wird René Cardiac durch einen Dolchstoß ermordet gefunden. Niemand ist bei ihm als sein Geselle Olivier Brusson und die Tochter. In Oliviers Kammer unter anderem findet man einen Dolch von frischem Blute gefärbt, der genau in die Wunde passt. Cardiac ist, spricht Olivier, in der Nacht vor meinen Augen niedergestoßen worden. Man wollte ihn berauben? Das weiß ich nicht. Du gingst mit ihm, und es war dir nicht möglich, dem Mörder zu wehren, ihn festzuhalten, um Hilfe zu rufen? Fünfzehn, wohl zwanzig Schritte vor mir ging der Meister. Ich folgte ihm. Warum in aller Welt so entfernt? Der Meister wollte es so. Was hatte überhaupt Meister Cardiac so spät auf der Straße zu tun? Das kann ich nicht sagen. Sonst ist er aber doch niemals nach neun Uhr abends aus dem Hause gekommen. Hier stockt Olivier. Er ist bestürzt, er seufzt, er vergießt Tränen, er beteuert bei allem, was heilig, dass Cardiac wirklich in jener Nacht ausgegangen sei und seinen Tod gefunden habe. Nun merkt aber wohl auf, mein Fräulein, Erwiesen ist es bis zur vollkommensten Gewissheit, dass Cardiac in jener Nacht das Haus nicht verließ. Mithin ist Oliviers Behauptung, er sei mit ihm wirklich ausgegangen, eine freche Lüge. Die Haustüre ist mit einem schweren Schloss versehen, welches bei dem Auf- und Zuschließen ein durchdringendes Geräusch macht. Dann aber bewegt sich der Türflügel widrig, knarrend und heulend in den Angeln, sodass, wie es angestellte Versuche bewährt haben, selbst im obersten Stock des Hauses das Getösewiderhalt. Nun wohnt in dem untersten Stock, also dicht neben der Haustür, der alte Meister Claude Patry mit seiner Aufwärterin, einer Person von beinahe 80 Jahren, aber noch munter und rührig. Diese beiden Personen hörten, wie Cardiac nach seiner gewöhnlichen Weise an jenem Abend Punkt 9 Uhr die Treppe hinabkam, die Türe mit vielem Geräusch verschloss und verrammelte, dann wieder hinaufstieg, den Abendsägen laut las und dann, wie man es an dem Zuschlagen der Türe vernehmen konnte, in sein Schlafzimmer ging. Meister Claude leidet an Schlaflosigkeit, wie es alten Leuten wohl zu gehen pflegt. Auch in jener Nacht konnte er kein Auge zutun. Die Aufwärterin schlug daher, es mochte halb zehn Uhr sein, in der Küche, in die sie über den Hausflur gehend gelangt, Licht an und setzte sich zum Meister Claude an den Tisch mit einer alten Chronik, in der sie las, während der Alte seinen Gedanken nachhängend bald sich in den Lehnstuhl setzte, bald wieder aufstand und, um Müdigkeit und Schlaf zu gewinnen, im Zimmer leise und langsam auf- und Abschritt. Es blieb alles still und ruhig bis nach Mitternacht. Da hörten sie über sich scharfe Tritte, einen harten Fall, als stürzte eine schwere Last zu Boden und gleich darauf ein dumpfes Stöhnen. In beide kam eine seltsame Angst und Beklommenheit. Die Schauer der entsetzlichen Tat, die eben begangen, gingen bei ihnen vorüber. Mit dem hellen Morgen trat dann ans Licht, was in der Finsternis begonnen.« »Aber«, fiel die Sküderie ein, »aber um aller heiligen Willen könnt ihr bei allen Umständen, die ich erst weitläufig erzählte, euch denn irgendeinen Anlaß zu dieser Tat der Hölle denken?« »Hm«, erwiderte Larigny, »Kardiak war nicht arm, im Besitz vortrefflicher Steine.« »Bekam«, fuhr die Sküderie fort, »bekam denn nicht alles die Tochter?« »Ihr vergesst, dass Olivier Kaliaks Schwiegersohn werden sollte.« »Er mußte vielleicht teilen oder gar nur für andere Morden«, sprach Larigny. »Teilen für andere Morden?«, fragte die Sküderie in vollem Erstaunen. »Wisst«, fuhr der Präsident fort, »wisst, mein Fräulein, dass Olivier schon längst geblutet hätte auf dem Gräfplatz, stünde seine Tat nicht in Beziehung mit dem dicht verschleierten Geheimnis, das bisher so bedrohlich über ganz Paris waltete. Olivier gehört offenbar zu jener verruchten Bande, die alle Aufmerksamkeit, alle Mühe, alles Forschende Gerichtshöfe verspottend ihre Streiche sicher und ungestraft zu führen wußte. Durch ihn wird, muß alles klar werden.« Die Wunde Kaliaks ist denen ganz ähnlich, die alle auf den Straßen in den Häusern ermordete und beraubte trugen. Dann aber das Entscheidendste. Seit der Zeit, dass Olivier Brusson verhaftet ist, haben alle Mordtaten, alle Beraubungen aufgehört. Sicher sind die Straßen zur Nachtzeit wie am Tage. Beweis genug, dass Olivier vielleicht an der Spitze jener Mordbande stand. Noch will er nicht bekennen, aber es gibt Mittel, ihn sprechen zu machen, wider seinen Willen. »Und Madeleine«, rief die Sküderie, »und Madeleine, die treue, unschuldige Taube!« »Ei«, sprach Larigny mit einem giftigen Lächeln, »ei, wer steht mir dafür, dass sie nicht mit im Komplott ist?« »Was ist hier an dem Vater gelegen?« »Nur dem Mordbuben gelten ihre Tränen!« »Was sagt ihr?« schrie die Sküderie. »Es ist nicht möglich, den Vater, dieses Mädchen!« »Oh«, fuhr Larigny fort, »oh, denkt doch nur an die Brauvier!« »Ihr möget es mir verzeihen, wenn ich mich vielleicht bald genötigt sehe, euch euren Schützling zu entreißen und in die Conciergerie werfen zu lassen.« Der Sküderie ging ein Grausen an bei diesem entsetzlichen Verdacht. Es war ihr, als könne vor diesem schrecklichen Manne keine Treue, keine Tugend bestehen, als spähe er in den tiefsten, geheimsten Gedanken Mord und Blutschuld. Sie stand auf. »Seid menschlich!« Das war alles, was sie beklommen, mühsam atmend hervorbringen konnte. Schon im Begriff, die Treppe hinabzusteigen, bis zu der Präsident sie mit zeremoniöser Artigkeit begleitet hatte, kam ihr, selbst wusste sie nicht wie, ein seltsamer Gedanke. »Wird es mir wohl erlaubt sein, den unglücklichen Olivier Brusson zu sehen?« So fragte sie den Präsidenten, sich rasch umwendend. Dieser schaute sie mit bedenklicher Miene an, dann verzog sich sein Gesicht in jenes widrige Lächeln, das ihm eigen. »Gewiß«, sprach er, »gewiß wollt ihr nun, mein würdiges Vorlein, euren Gefühl der inneren Stimme mehr vertraunt als dem, was vor unseren Augen geschehen. Selbst Olivier ist schuld oder unschuld prüfen. Scheut ihr nicht den düstern Aufenthalt des Verbrechens? Ist es euch nicht gehässig, die Bilder der Verworfenheit in allen Abstufungen zu sehen? Denn so sollen für euch in zwei Stunden die Tore der Conciergerie offen sein. Man wird euch diesen Olivier, dessen Schicksal eure Teilnahme erregt, vorstellen.« In der Tat konnte sich die Sküderie von der Schuld des jungen Mannes nicht überzeugen. Alles sprach wider ihn. Ja, kein Richter in der Welt hätte anders gehandelt wie Larigny, bei solchen entscheidenden Tatsachen. Aber das Bild häuslichen Glücks, wie es Madelon mit den lebendigsten Zügen der Sküderie vor Augen gestellt, überstrahlte jeden bösen Verdacht. Und so mochte sie lieber ein unerklärliches Geheimnis annehmen, als daran glauben, wogegen ihr ganzes Inneres sich empörte. Sie gedachte sich von Olivier noch einmal alles, wie es sich in jener verhängnisvollen Nacht begeben, erzählen zu lassen und so viel wie möglich in ein Geheimnis zu dringen, das vielleicht den Richtern verschlossen geblieben, weil es wertlos schien, sich weiter darum zu bekümmern. In der Conciergerie angekommen, führte man die Sküderie in ein großes, helles Gemach. Nicht lange darauf vernahm sie Kettengerassel. Olivier Brusson wurde gebracht. Doch so wie er in die Türe trat, sank auch die Sküderie ohnmächtig nieder. Als sie sich erholt hatte, war Olivier verschwunden. Sie verlangte mit Heftigkeit, dass man sie nach dem Wagen bringe fort. Augenblicklich fort wollte sie aus den Gemächern der fräfelnden Verruchtheit. Ach, auf den ersten Blick hatte sie in Olivier Brusson den jungen Menschen erkannt, der auf dem Pont Neuf jenes Blatt ihr in den Wagen geworfen, der ihr das Kästchen mit den Juwelen gebracht hatte. Nun war ja jeder Zweifel gehoben, da Régniers schreckliche Vermutung ganz bestätigt, Olivier Brusson gehört zu der fürchterlichen Mordbande. Gewiss ermordete er auch den Meister. Und Madeleine? So bitter noch nie vom inneren Gefühl getäuscht, auf den Tod angepackt, von der höllischen Macht auf Erden, an deren Dasein sie nicht geglaubt, verzweifelte die Sküderie an aller Wahrheit. Sie gab Raum dem entsetzlichen Verdacht, dass Madeleine mit Verschworen sein und teilhaben könne an der grässlichen Blutschuld. Wie es denn geschieht, dass der menschliche Geist ist ihm ein Bild aufgegangen, emsig Farben sucht und findet, es greller und greller auszumalen. So fand auch die Sküderie, jeden Umstand der Tat, Madeleines betragen in den kleinsten Zügen erwägend, gar vieles jenen Verdacht zu nähren. So wurde manches, was ihr bisher als Beweis der Unschuld und Reinheit gegolten, sicheres Merkmal fräfliger Bosheit, studierte Heuchelei, jener herzzerreißende Jammer, die blutigen Tränen konnten wohl erpresst sein, von der Todesangst nicht den geliebten Bluten zu sehen, nein, selbst zu fallen unter der Hand des Henkers. Gleich sich die Schlange, die sie im Busen nähere, vom Halse zu schaffen, mit diesem Entschluss stieg die Sküderie aus dem Wagen. In ihr Gemach eingetreten, warf Madeleine sich ihr zu Füßen. Die Himmelsaugen! Ein Engel Gottes hatte sie nicht treuer zu ihr emporgerichtet, die Hände vor der wallenden Brust zusammengefaltet, jammerte und flehte sie laut um Hilfe und Trost. Die Sküderie sich mühsam zusammenfassend sprach, indem sie dem Ton ihrer Stimme so viel Ernst und Ruhe zu geben suchte, als ihr möglich. Geh, geh, tröste dich nur über den Mörder, den die gerechte Strafe seiner Schandtaten erwartet. Die heilige Jungfrau möge verhüten, dass nicht auf dir selbst eine Blutschuld schwer lasste. »Ach, nun ist alles verloren!« Mit diesem gellenden Ausruf stürzte Madeleine ohnmächtig zu Boden. Die Sküderie überließ die Sorge um das Mädchen der Martinier und entfernte sich in ein anderes Gemach. Ganz zerrissen im Innern entzwei mit allem Irdischen wünschte die Sküderie nicht mehr in einer Welt voll höllischen Truges zu leben. Sie klagte das Verhängnis an, das in bitterm Hohn ihr so viele Jahre gegönnt, ihren Glauben an Tugend und Treue zu stärken und nun in ihrem Alter das schöne Bild vernichte, welches ihr im Leben geleuchtet. Sie vernahm, wie die Martinier Madeleine fortbrachte, die leise seufzte, und jammerte. »Ach, auch Sie, auch Sie haben die Grausamen betört! Ich, elende, armer, unglücklicher Olivier!« Die Töne drangen der Sküderie ins Herz und aufs Neue regte sich aus dem tiefsten Innern heraus die Ahnung eines Geheimnisses, der Glaube an Oliviers Unschuld. Bedrängt von den widersprechendsten Gefühlen, ganz außer sich rief die Sküderie, »Welcher Geist der Hölle hat mich in die entsetzliche Geschichte verwickelt, die mir das Leben kosten wird!« In dem Augenblick trat Baptiste hinein, bleich und erschrocken, mit der Nachricht, dass Degret draußen sei. Seit dem abscheulichen Prozess der Lavoisin war Degrets Erscheinung in einem Hause der gewisse Vorbote, irgendeiner peinlichen Anklage, daher kam Baptists Schreck. Deshalb fragte ihn das Fräulein mit mildem Lächeln, »Was ist hier, Baptiste?« »Nicht wahr?« Der Name Sküderie befand sich auf der Liste der Lavoisin. »Ach, um Gottes Willen!« erwiderte Baptiste, am ganzen Leibe zitternd. »Wie möget ihr nur so etwas aussprechen! Aber Degret, der entsetzliche Degret, tut so geheimnisvoll, so dringend, er scheint es gar nicht erwarten zu können, euch zu sehen!« Nun sprach die Sküderie, »Nun, Baptiste, so führt ihn nur gleich herein, den Menschen, der euch so fürchterlich ist und der mir wenigstens keine Besorgnis erregen kann.« Der Präsident sprach Degret, als er ins Gemach getreten, »Der Präsident Larigny schickt mich zu euch, mein Fräulein, mit einer Bitte, auf deren Erfüllung er gar nicht hoffen würde, kennte er nicht eure Tugend, euren Mut, lege nicht das letzte Mittel, eine böse Blutschuld an den Tag zu bringen, in euren Händen. Hättet ihr nicht selbst schon teilgenommen an dem bösen Prozess, der die Chambre ardente uns alle in Atem hält.« »Olivier Brusson, seitdem er euch gesehen hat, ist halb rasend. So sehr er schon zum Bekenntnis sich zu neigen schien, so schwört er doch jetzt aufs Neue bei Christus und allen Heiligen, dass er an dem Mörde Kardiax ganz unschuldig sei, wie wohl er den Tod gern leiden wolle, den er verdient habe.« »Bemerkt, mein Fräulein, dass der letzte Zusatz offenbar auf andere Verbrechen deutet, die auf ihm lasten. Doch vergebens ist alle Mühe, nur ein Wort weiter herauszubringen. Selbst die Drohung mit der Tortur hat nichts gefruchtet. Er fleht, er beschwört uns, ihm eine Unterredung mit euch zu verschaffen. Euch nur, euch allein will er alles gestehen. »Lasst euch herab, mein Fräulein Brisons Bekenntnis zu hören.« »Wie?« rief die Skyderie ganz entrüstet. »Soll ich dem Blutgericht zum Organ dienen? Soll ich das Vertrauen des unglücklichen Menschen missbrauchen, ihn aufs Blutgerüst zu bringen?« »Nein, De Grey, mag Brison auch ein verruchter Mörder sein, nie wäre es mir doch möglich, ihn so spitzbügelig zu hintergehen.« »Nichts mag ich von seinen Geheimnissen erfahren, die wie eine heilige Beichte in meiner Brust verschlossen bleiben würden.« »Vielleicht«, versetzte De Grey mit einem feinen Lächeln, »vielleicht, mein Fräulein, ändert sich eure Gesinnung, wenn ihr Brisson gehört habt. Wartet ihr den Präsidenten nicht selbst, er sollte menschlich sein? Er tut es, indem er dem törichten Verlangen Brissons nachgibt und so das letzte Mittel versucht, ehe er die Tortur verhängt, zu der Brisson längst reif ist.« Die Skyderie schrag unwillkürlich zusammen. »Seht«, fuhr De Grey fort, »seht, würdige Dame, man wird euch keineswegs zumuten, noch einmal in jene finsteren Gemächer zu treten, die euch mit Grausen und Abscheu erfüllen. In der Stille der Nacht, ohne alles Aufsehen, bringt man Olivier Brisson wie einen freien Menschen zu euch in euer Haus. Nicht einmal belauscht, doch wohl bewacht, mag er euch dann zwanglos alles bekennen. Dass ihr für euch selbst nichts von dem Elenden zu fürchten habt, dafür stehe ich euch mit meinem Leben ein. Er spricht von euch mit inbrünstiger Verehrung. Er schwört, dass nur das düstere Verhängnis, welches ihm verwehrt habe, euch früher zu sehen, ihn in den Tod gestürzt. Und dann steht es ja bei euch, von dem, was euch Brisson entdeckt, so viel zu sagen, als euch beliebt. Kann man euch zu noch mehr zwingen? Die Sküderie sah tief sinnen vor sich nieder, es war ihr, als müsse sie der höheren Macht gehorchen, die den Aufschluss irgendeines entsetzlichen Geheimnisses von ihr verlange, als könne sie sich nicht mehr den wunderbaren Verschlingungen entziehen, in die sie willenlos geraten. Plötzlich entschlossen sprach sie mit Würde, Gott wird mir Fassung und Standhaftigkeit geben. Führt den Brisson her, ich will ihn sprechen. So wie damals, als Brisson das Kästchen brachte, wurde um Mitternacht an die Haustür der Sküderie gepocht, Baptiste, von dem nächtlichen Besuch unterrichtet, öffnete. Eiskalter Schauer überlief die Sküderie, als sie an den leisen Tritten, an dem dumpfen Gemurmel wahrnahm, dass die Wächter, die den Brisson gebracht, sich in den Gängen des Hauses verteilten. Endlich ging leise die Türe des Gemachs auf, Degray trat herein, hinter ihm Olivier Brisson, fesselfrei, in anständigen Kleidern. Hier ist, sprach Degray, sich erbietig verneigend, hier ist Brisson, mein würdiges Fräulein, und verließ das Zimmer. Brisson sank vor der Sküderie nieder auf beide Knie, flehend erhob er die gefalteten Hände, indem häufige Tränen ihm aus den Augen rannen. Die Sküderie schaute erblasst, keines Wortes mächtig auf ihn herab. Selbst bei den entstellten, ja durch Gram, durch grimmigen, schmerzverzerrten Zügen strahlte der reine Ausdruck des treuesten Gemüts aus dem Jünglingsantlitz. Je länger die Sküderie ihre Augen auf Brissons Gesicht ruhen ließ, desto lebhafter trat die Erinnerung an irgendeine geliebte Person hervor, auf die sie sich nur nicht deutlich zu besinnen vermochte. Alle Schauer wichen von ihr, sie vergaß das Kardiaks Mörder vor ihr Knie, sie sprach mit dem anmutigen Tone des ruhigen Wohlwollens der ihr Eigen. Nun, Brissons, was habt ihr mir zu sagen? Dieser, noch immer kniend, seufzte auf vor tiefer inbrünstiger Wehmut und sprach dann, O mein würdiges, mein hoch verirrtes Fräule, ist denn jede Spur der Erinnerung an mich verflogen? Die Sküderie, ihn noch aufmerksamer betrachtend, erwiderte, dass sie allerdings in seinen Zügen die Ähnlichkeit mit einer von ihr geliebten Person gefunden und dass er nur dieser Ähnlichkeit es verdanke, wenn sie den tiefen Abscheu vor dem Mörder überwinde und ihn ruhig anhöre. Brissons schwer verletzt durch diese Worte erhob sich schnell und trat den finstern Blick zu Boden gesenkt einen Schritt zurück. Dann sprach er mit dumpfer Stimme »Habt ihr « Das Fräulein hatte wohl Ursache genug, sich auf diese Weise zu entsetzen. Anne Guyot, die Tochter eines verarmten Bürgers, war von klein auf bei der Sküderie, die sie wie die Mutter das liebe Kind erzog mit aller Treu und Sorgfalt. Als sie nun herangewachsen, fand sich ein hübscher, sittiger Jüngling, Claude Brisson geheißen, ein, der um das Mädchen warb. Da er nun ein grundgeschickter an er ihn auch herzlich lieb gewonnen hatte, so trug die Sküderie gar kein Bedenken, in die Heirat ihrer Pflegetochter zu Willingen. Die jungen Leute richteten sich ein, lebten in stiller, glücklicher Häuslichkeit und was den Liebesbund noch fester knüpfte, war die Geburt eines wunderschönen Knaben, der holden Mutter treues Ebenbild. Einen Abgott machte die Sküderie aus dem kleinen Olivier, Rätscheln, daher kam es, dass der Junge sich ganz an sie gewöhnte und ebenso gern bei ihr war als bei der Mutter. Drei Jahre waren vorüber, als der Brotneid der Kunstgenossen Brüssance es dahin brachte, dass seine Arbeit mit jedem Tage abnahm, so dass er zuletzt kaum sich kümmerlich ernähren konnte. Dazu kam die Sehnsucht nach seinem schönen, heimatlichen Genf und so geschah es, dass die kleine Familie dorthin zog, des Widerstrebens der Sküderie, die alle nur mögliche Unterstützung versprach, unerachtet. Noch ein paar Mal schrieb Anna an ihre Pflegemutter, dann schwieg sie und diese musste glauben, dass das glückliche Leben in Brüssance Heimat das Andenken an die früher verlebten Tage nicht mehr aufkommen lasse. Es waren jetzt gerade 23 Jahre her, als Brüssance mit seinem Weibe und Kinder Paris verlassen und nach Genf gezogen. Oh entsetzlich, rief die Sküderie, als sie sich einigermaßen wieder erholt hatte, Oh entsetzlich, Olivier, bist du der Sohn meiner an und jetzt Wohl, versetzte Olivier ruhig und gefasst, wohl, mein würdiges Fräulein, hättet ihr nimmermehr erahnen können, dass der Knabe, den ihr wie die zärtlichste Mutter hätscheltet, dem ihr auf eurem Schoß ihn schaukelnd Näscherei auf Näscherei in den Mund stecktet, dem ihr die süßesten Namen gabt, zum Jüngling gereift, der einst für euch stehen würde, grässlicher Blutschuld angeklagt. Ich bin Revier zur Seite stand, er ließ sich langsam nieder. Ich hatte Zeit genug, fing er an, mich auf die Unterredung mit euch, die ich als die letzte Gunst des versöhnten Himmels betrachte, vorzubereiten und so viel Ruhe und Fassung zu gewinnen als nötig, euch die Geschichte meines entsetzlichen, unerhörten Missgeschicks zu erzählen. Er zeigt mir die Barmherzigkeit, mich ruhig anzuhören, so sehr euch auch die Entdeckung eines Geheimnisses, das ihr gewiss nicht geahnt überraschen, ja mit Grausen erfüllen mag. Hätte mein armer Vater Paris doch niemals verlassen. Soweit meine Erinnerung an Genf reicht, finde ich mich wieder von den trostlosen Eltern mit Tränen benetzt, von ihren Klagen, die ich nicht verstand, selbst zu Tränen gebracht. Später kam mir das deutliche Gefühl, das volle Bewusstsein des drückenden Mangels des tiefen Elends, in dem meine Eltern lebten. Mein Vater fand sich in allen seinen Hoffnungen getäuscht. Von tiefem Gram niedergebeugt, erdrückt, starb er in dem Augenblick, als es ihm gelungen war, mich bei einem Goldschmied als Lehrjungen unterzubringen. Meine Mutter sprach viel von euch, sie wollte euch alles klagen, aber dann überfiel sie die Mutlosigkeit, welche vom Elend erzeugt wird. Das und auch wohl falsche Scham, die oft an dem Tod wunden Gemüte nagt, hielt sie von ihrem Entschluss zurück. Wenige Monaten nach dem Tode meines Vaters folgte ihm meine Mutter ins Grab. Arme an, Arme an, rief die Sküderie von Schmerz überwältigt. Dank und Preis der ewigen Macht des Himmels, dass sie hinüber ist und nicht fallen sieht, den geliebten Sohn unter der Hand des Henkers mit Schande gebrannt markt, so schrie Olivier laut auf, indem er einen wilden entsetzlichen Blick in die Höhe warf. Es wurde draußen unruhig, man ging hin und her. Ho, sprach Olivier mit einem bitteren Lächeln, der Grey weckt seine Spießgesellen, als ob ich hier entfliehen könnte. Doch weiter, ich wurde von meinem Meister hart gehalten und er achtet, ich bald am besten arbeitete, ja wohl endlich den Meister weit übertraf. Es begab sich, dass einst ein Fremder in unsere Werkstatt kam, um einiges Geschmeide zu kaufen. Als er nun einen schönen Halsschmuck sah, den ich gearbeitet, klopfte er mir mit freundlicher Miene auf die Schulter, indem er den Schmuck beäugelnd sprach, ei, mein junger Freund, das ist ja ganz vortreffliche Arbeit. Ich wüsste in der Tat nicht, wer euch noch anders übertreffen sollte als René Kardiak, der freilich der erste Goldschmied ist, den es auf der Welt gibt. Zudem solltet ihr hingehen, mit Freuden nimmt er euch in seine Werkstatt, denn nur ihr könnt ihm beistehen in seiner kunstvollen Arbeit, und nur von ihm allein könnt ihr dagegen noch lernen. Die Worte des Fremden waren tief in meine Seele gefallen. Ich hatte keine Ruhe mehr in Genf, mich zog es fort mit Gewalt. Endlich gelang es mir, mich von meinem Meister loszumachen, ich kam nach Paris. René Kardiak empfing mich kalt und barsch. Ich ließ nicht nach, er musste mir Arbeit geben, so geringfügig ich sie auch sein mochte. Ich sollte einen kleinen Ring fertigen. Als ich ihm die Arbeit brachte, sah er mich starr an mit seinen funkelnden Augen, als wollte er hineinschauen in mein Innerstes, dann sprach er, du bist ein tüchtiger, wackerer Geselle, du kannst zu mir ziehen und mir helfen in der Werkstatt. Ich zahle dir gut, du wirst mit mir zufrieden sein. Kardiak hielt Wort. Schon mehrere Wochen war ich bei ihm, ohne Madelon gesehen zu haben, die irr ich nicht auf dem Lande bei irgendeiner Mumekardiax damals sich aufhielt. Endlich kam sie, oh, du ewige Macht des Himmels, wie geschah mir, als ich das Engelsbild sah, hat je ein Mensch so geliebt als ich, und nun, oh, Madelon, Olivier konnte vor Wehmut nicht weitersprechen. Er hielt beide Hände vors Gesicht und schluchzte heftig. Endlich mit Gewalt den wilden Schmerz, ihn erfasste niederkämpfend, sprach er weiter. Madelon blickte mich an mit freundlichen Augen, sie kam öfter und öfter in die Werkstatt. Mit Entzücken gewahrte ich ihre Liebe. So streng der Vater uns bewachte, mancher verstohlene Händedruck galt als Zeichen des geschlossenen Bundes. Gardejak schien nichts zu merken. Ich gedachte, erlangen, um Madelon zu werben. Eines Morgens, als ich meine Arbeit beginnen wollte, trat Gardejak vor mich hin, Zorn und Verachtung im finstern Blick. Ich bedarf deiner Arbeit nicht mehr, finge an, fort aus dem Hause noch in dieser Stunde und lass dich nie mehr vor meinen Augen sehen. Warum ich dich hier nicht mehr dulden kann, brauche ich dir nicht zu sagen. Für dich, armen Schlucker hängt die süße Frucht zu hoch, nach der du trachtest. Ich wollte reden, er packte mich aber mit starker Faust und warf mich zur Türe hinaus, dass ich niederstürzte und mich hart verwundete an Kopf und Arm. Empört, zerrissen vom grimmigen Schmerz verließ ich das Haus und fand endlich am äußersten Ende der Vorstadt Saint-Martin einen gutmütigen Bekannten, der mich aufnahm in seine Bodenkammer. Ich hatte keine Ruhe, keine Rast. Zur Nachtzeit umschlich ich Kardiaks Haus, wähnend, Madelon meine Seufzer, meine Klagen vernehmen, dass es ihr vielleicht gelingen werde, mich vom Fenster herab unbelauscht zu sprechen. Allerlei verwegene Pläne kreuzten in meinem Gehirn, zu deren Ausführung ich sie zu bereden hoffte. An Kardiaks Haus in der Straße Nysäse schließt sich eine hohe Mauer mit Blenden und alten halb zerstückelten Steinbildern darin. Dicht bei einem solchen Stein Bilde stehe ich in einer Nacht und sehe hinauf nach den Fenstern des Hauses, die in den Hof gehen, den die Mauer umschließt. Da gewahre ich plötzlich Licht in Kardiaks Werkstatt. Es ist Mitternacht. Nie war sonst Kardiak zu dieser Stunde wach. Er pflegte sich auf den Schlag neun Uhr zur Ruhe zu begeben. Mir pochte das Herz vor banger Ahnung. Ich denke an irgendein Ereignis, das mir vielleicht den Eingang bahnt. Doch gleich verschwindet das Licht wieder. Ich drücke mich an das Steinbild in die Blende hinein. Doch entsetzt pralle ich zurück, als ich einen Gegendruck fühle, als sei das Bild lebendig geworden. In dem dämmernden Schimmer der Nacht gewahre ich nun, dass der Stein sich langsam dreht und hinter demselben eine finstere Gestalt hervorschlüpft, die leisen Trittes die Straße hinab geht. Ich springe an das Steinbild hinan. Es steht wie zuvor dicht an der Mauer. Unwillkürlich wie von einer inneren Macht getrieben schleiche ich hinter der Gestalt her. Gerade bei einem Marienbilde schaut die Gestalt sich um. Der volle Schein der hellen Lampe, die vor dem Bilde brennt, fällt ihr ins Antlitz. Es ist Kardiak. Eine unbegreifliche Angst, ein unheimliches Grauen überfällt mich, wie durch Zauber fest gebannt muss ich fort nach dem gespenstischen Nachtwanderer. Dafür halte ich den Meister unerachtet nicht die Zeit des Vollmonds ist, in der solcher Spuk die Schlafenden betört. Endlich verschwindet Kardiak seitwärts in den tiefen Schatten. An einem kleinen, mir wohlbekannten Räuspern gewahre ich indessen, dass er in die Einfahrt eines Hauses getreten ist. Was bedeutet das? Was wird er beginnen? So frage ich mich selbst voll erstaunen und drücke mich dicht an die Häuser. Nicht lange dauert, so kommt singend und trillierend ein Mann daher mit leuchtendem Federbusch und klirrenden Sporen. Wie ein Tiger auf seinen Raub stürzt sich Kardiak aus seinem Schlupfwinkel auf den Mann, der in demselben Augenblick röchelnd zu Boden sinkt. Mit einem Schrei des Entsetzens springe ich heran, Kardiak ist über den Mann, der zu Boden liegt, her. Meister Kardiak was tut ihr rufe ich laut Vermaledeiter brüllt Kardiak rennt mit Blitzeschnelle bei mir vorbei und verschwindet. Ganz außer mir, kaum der Schritte mächtig nähere ich mich dem Niedergeworfenen ich knie bei ihm nieder vielleicht denke ich ist er noch zu retten aber keine Spur des Lebens ist mehr in ihm in meiner Todesangst gewahre ich auch kaum dass mich die Gendarmerie umringt hat schon wieder einer von den Teufeln niedergestreckt hey junger Mensch was machst du da bist einer von der Bande fort mit dir so schrien sie durcheinander und packten mich an kaum vermag ich zu stammeln dass ich solche grässliche Untat ja gar nicht hätte begehen können und dass sie mich in Frieden ziehen lassen möchten da leuchtet mir einer ins Gesicht und ruft lachen das ist Olivier Brusson der Goldschmieds Geselle der bei unserem ehrlichen braven Meister René Cardiac arbeitet ja der wird die Leute auf der Straße morden sieht mir recht danach aus das ist recht nach der Art der Mord Buben dass sie beim Leichnam lamentieren und sich fangen lassen werden wie war's Junge erzähle schnell dicht vor mir sprach ich sprang ein Mensch auf den dort los stieß ihn nieder und rannte blitzschnell davon als ich laut aufschrie ich wollte doch sehen ob der niedergeworfene noch zu retten wäre nein mein Sohn ruft einer von denen die den Leichnam aufgehoben der ist hin durchs Herz wie gewöhnlich geht der Dolchstich Teufel spricht ein anderer kamen wir doch wieder zu spät wie vorgestern damit entfernten sie sich mit dem Leichnam wie mir zumute war kann ich gar nicht sagen ich fühlte mich an ob nicht ein böser Traum mich necke es war mir als müsste ich nun gleich erwachen und mich wundern über das tolle Trugbild Kertiak der Vater meiner Madelon ein verruchter Mörder ich war kraftlos auf die steinernen Stufen eines Hauses gesunken immer mehr und mehr dämmerte der Morgen herauf ein Offiziers Hut reich mit Federn geschmückt lag vor mir auf dem Pflaster Kardiaks blutige Tat auf der Stelle begangen wo ich saß ging vor mir hell auf entsetzt rannte ich von dann ganz verwirrt beinahe besinnungslos sitze ich in meiner Dachkammer da geht die Türe auf und René Kardiak tritt herein um Christus Willen was wollt ihr schrie ich ihm entgegen er das gar nicht achtend kommt auf mich zu und lächelt mich an mit einer Ruhe und Leutseligkeit die meinen inneren Abscheu vermehrt er rückt einen alten gebrechlichen Schemel heran und setzt sich zu mir der ich nicht vermag mich von dem Strohlager zu erheben auf das ich mich geworfen nun Olivier fängt er an wie geht es dir armer Junge ich habe mich in der Tat garstig übereilt als ich dich aus dem Hause stieß du fehlst mir an allen Ecken und Enden eben jetzt habe ich ein Werk vor das ich ohne deine Hilfe gar nicht vollenden kann wie wär's wenn du wieder in meiner Werkstatt arbeitet ist du schweigst ja ich weiß ich habe dich beleidigt nicht verhehlen wollte ich dir dass ich auf dich zornig war wegen der Liebelei mit meiner Madelan doch recht überlegt habe ich mir das Ding nachher und gefunden dass bei deiner Geschicklichkeit deinem Fleiß deiner Treue ich mir keinen besseren Schwiegersohn wünschen kann als eben dich komm also mit mir und siehe zu wie du Madelan zur Frau gewinnen kannst Karliaks Worte durchschnitten mir das Herz ich erbebte vor seiner Bosheit ich konnte kein Wort hervor bringen du zauderst fuhr nun fort mit scharfem Ton indem seine funkelnden Augen mich durchbohrten du zauderst du kannst vielleicht heute noch nicht mit mir kommen du hast andere Dinge vor du willst vielleicht der grä besuchen oder dich gar einführen lassen bei d'Argensan oder la regnier nimm dich in acht bursche dass die krallen die du hervorlocken willst zu anderer leute verderben dich nicht selbst fassen und zerreißen da macht sich mein tief empörtes gemüt plötzlich luft mögen die rufe ich mögen die 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 sich grässlicher untat bewusst sind jenen namen fühlen die ihr eben nanntet ich darf das nicht ich habe nichts mit ihnen zu schaffen eigentlich spricht kardiak weiter eigentlich olivier macht es dir ehre wenn du bei mir arbeitest bei mir dem berühmten meister seiner zeit überall hoch geachtet wegen seiner treue und rechtschaffenheit so dass jede böse verleumdung schwer zurückfallen würde auf das haupt des verleumders was nun madelon betrifft so muss ich dir nur gestehen dass du meine nachgiebigkeit ihr allein verdankest sie liebt dich mit einer heftigkeit die ich dem zarten kinde gar nicht zutrauen konnte gleich als du fort warst fiel sie mir zu füßen um schlang meine knie und gestand unter tausend tränen dass sie ohne dich nicht leben könne ich dachte sie bilde sich das nur ein wie es denn bei jungen verliebten dingern zu geschehen pflegt dass sie gleich sterben vadelan wurde sich und krank und wie ich ihr denn das tolle zeug ausreden wollte rief sie hundertmal deinen namen was konnte ich endlich tun wollte ich sie nicht verzweifeln lassen gestern abend sagte ich ihr ich willige in alles und werde dich heute holen da ist sie über nacht aufgeblüht wie eine rose und herrt nun auf dich ganz außer sich vor Liebessehnsucht mag es mir die ewige macht des himmels verzeihen aber selbst weiß ich nicht wie es geschah daß ich plötzlich in kardiax hause stand daß madelon laut aufjahrzend olivier mein olivier mein geliebter mein gatte auf mich gestürzt mich mit beiden armen umschlang mich fest an ihre brust drückte daß ich im übermaß des höchsten entzückens bei der jungfrau und allen heiligen schwor sie nimmer nimmer zu verlassen erschüttert von dem andenken an diesen entscheidenden augenblick mußte olivier innehalten die sküderie von grausen erfüllt über die untat eines mannes den sie für die tugend die rechtschaffenheit selbst gehalten rief entsetzlich rené cardillac gehört zu der mordbande die unsere gute stadt so lange zur räuberhöhle machte was sagt ihr mein fräulein sprach olivier zur bande nie hat es eine solche bande gegeben cardillac allein war es der mit verruchter tätigkeit in der ganzen stadt seine schlachtopfer suchte und fand dass er es allein war darin liegt die sicherheit womit er seine streiche führte die unüberwundene schwierigkeit dem mörder auf die spur zu kommen doch lasst doch lasst mich fortfahren der verfolgte wird euch die geheimnisse des verruchtesten und zugleich unglücklichsten aller menschen aufklären die lage in der ich mich nun bei dem meister befand jeder mag die sich leicht denken der schritt war geschehen ich konnte nicht mehr zurück zu weilen war es mir als sei ich selbst kardiax mordgehilfe geworden nur in madelons liebe vergaß ich die innere pein die mich quälte nur bei ihr konnte es mir gelingen jede äußere spur namenlosen grams weg zu tilgen arbeitete ich mit dem alten in der werkstatt nicht ins antlitz vermochte ich ihm zu schauen kaum ein wort zu reden vor dem grausen das mich durchbebte in der Nähe des entsetzlichen menschen der alle tugenden des treuen zärtlichen vaters des guten bürgers erfüllte während die nacht seine untaten verschleierte madelon das fromme engelsreine kind hing an ihm mit abgöttischer liebe das herz durchbohrt es mir wenn ich daran dachte das träfe einmal die rache den entlarvten bösewicht sie ja mit aller höllischen list des satans getäuscht der grässlichsten verzweiflung unterliegen müsse schon das verschloss mir den mund und hätte ich den tod des verbrechers darum dulden müssen unerachtet ich aus den reden der gendarmerie genug entnehmen konnte waren mir kardiacs untaten ihr motiv die art sie auszuführen ein rätsel die aufklärung blieb nicht lange aus eines tages war kardiac der sonst meinen abscheuer erregend bei der Arbeit in der heitersten Laune scherzte und lachte sehr ernst und in sich gekehrt plötzlich warf er das geschmeide woran er eben arbeitete beiseite dass stein und perlen auseinander rollten stand heftig auf und sprach Olivier es kann zwischen uns beiden nicht so bleiben dies verhältnis ist mir unerträglich was was der was der was der feinsten schlauheit der gräß und seiner spießgesellen nicht gelang zu entdecken das spielte dir der zufall in die hände du hast mich geschaut in der nächtlichen Arbeit zu der mich mein böser Stern treibt kein widerstand ist möglich auch dein böser Stern war es der dich mir folgen ließ der dich in undurchdringliche Schleier hüllte der deinem Fußtritt die Leichtigkeit gab daß du unhörbar wandeltest wie das kleinste Tier so daß ich der ich in der tiefsten Nacht klar schaue wie der Tiger der ich straßenweit das kleinste Geräusch das Summen der Mücke vernehme dich nicht bemerkte dein böser Stern hat dich meinen Gefährten mir zugeführt ein Verrat ist so wie du jetzt stehst nicht mehr zu denken darum magst du alles wissen nimmermehr werde ich dein Gefährte sein heuchlerischer Bösewicht so wollte ich aufschreien aber das innere Entsetzen das mich bei Kardiaks Worten erfasst schnürte mir die Kehle zu statt der Worte vermochte ich nur einen unverständlichen Laut auszustoßen Kardiak setzte sich wieder in seinen Arbeitsstuhl er trocknete sich den Schweiß von der Stirne er schien von der Erinnerung des vergangenen hart berührt sich mühsam zu fassen endlich fing er an weise Männer sprechen viel von den seltsamen Eindrücken deren Frauen in guter Hoffnung fähig sind von dem wunderbaren Einfluss solch lebhaften willenlosen Eindrucks von außen her auf das Kind von meiner Mutter erzählte man mir eine wunderliche Geschichte als sie mit mir im ersten Monat schwanger ging schaute sie mit anderen Weibern einem glänzenden Hoffest zu das in Trianon gegeben wurde da fiel ihr Blick auf einen Kavalier in spanischer Kleidung mit einer blitzenden Juwelenkette um den Hals von der sie die Augen gar nicht mehr abwenden konnte ihr ganzes Wesen war Begierde nach den funkelnden Steinen die ihr ein überirdisches Gut dünkten derselbe Kavalier hatte vor mehreren Abscheu zurückgewiesen worden meine Mutter erkannte ihn wieder aber jetzt war es ihr als sei er im Glanz der strahlenden Diamanten ein Wesen höherer Art der Inbegriff aller Schönheit der Kavalier bemerkte die sehnsuchtsvollen feurigen Blicke meiner Mutter er glaubte jetzt glücklicher zu sein als vormals er wußte sich ihr zu nähern noch mehr sie von ihren Bekannten fort an einen einsamen Ort zu locken dann schlug er sie brünstig in seine Arme meine Mutter faßte nach der schönen Kette aber in demselben Augenblicke sank er nieder und riß meine Mutter mit sich zu Boden sei es dass ihn der Schlag plötzlich getroffen oder aus einer anderen Ursache genug er war tot vergebens war das Mühen meiner Mutter sich den im Todes krampf erstarrten Armen des wälzte der Tote sich mit ihr auf dem Boden ihr gellendes hilfegeschrei drang endlich bis zu in der Ferne vorübergehenden die herbeieilten und sie retteten aus den Armen des grausigen Liebhabers das Entsetzen warf meine Mutter auf ein schweres Krankenlager man gab sie verloren doch sie gesundete und die Entbindung war glücklicher als man je hätte ahnen können aber die Schrecken jenes fürchterlichen Augenblicks hatten mich getroffen mein böser Stern war aufgegangen und hatte den Funken hinabgeschossen der in mir eine der seltsamsten und verderblichsten Leidenschaften entzündet schon in der frühsten Kindheit gingen mir glänzende Diamanten goldenes Geschmeide über alles man hielt das für gewöhnliche kindische Neigung aber es zeigte sich anders denn als Knabe stahl ich Gold und Juwelen wo ich ihre habhaft werden konnte wie der geübteste Kenner unterschied ich aus Instinkt unechtes Geschmeide von echtem nur dieses lockte mich unechtes sowie geprägtes Gold ließ ich unbeachtet liegen den grausamsten Züchtigungen des Vaters musste die angeborene Begierde weichen um nur mit Gold und edlen Steinen hantieren zu können wandte ich mich zur Goldschmieds Profession ich arbeitete mit Leidenschaft und wurde bald der erste Meister dieser Art Nun begann eine Periode in der der angeborene trieb so lange niedergedrückt mit Gewalt empordrang und mit Macht wuchs alles um sich her wegzehrend so wie ich ein geschmeide gefertigt und abgeliefert fiel ich in eine Unruhe in eine Trostlosigkeit die mir Schlaf Gesundheit Lebensmut raubte wie ein Gespenst stand Tag und Nacht die Person für die ich gearbeitet mir vor Augen geschmückt mit meinem Geschmeide und eine Stimme raunte mir in die Ohren es ist ja dein es ist ja dein nimm es doch was sollen die Diamanten dem Toten da legte ich mich endlich auf Diebeskünste ich hatte Zutritt in den Häusern der Großen ich nützte schnell die Gelegenheit kein Schloss widerstand meinem Geschick und bald war der Schmuck den ich gearbeitet wieder in meinen Händen aber nun vertrieb selbst das nicht meine Unruhe jene unheimliche Stimme ließ sich dennoch vernehmen und höhnte selbst wußte ich nicht wie es kam dass ich einen unaussprechlichen Hass auf die warf denen ich schmuck gefertigt ja im tiefsten innern regte sich eine Mordlust gegen sie wurde ich selbst erbebte in dieser Zeit kaufte ich dieses Haus ich war mit dem Besitzer handelseinig geworden hier in diesem Gemach saßen wir erfreut über das geschlossene Geschäft beisammen und tranken eine Verkäufer hört Meister René ehe ihr fortgeht muss ich euch mit einem Geheimnis dieses Hauses bekannt machen darauf schloss er jenen in die Mauer eingeführten Schrank auf schob die Hinterwand fort trat in ein kleines Gemach bückte sich nieder hob eine Falltür auf eine steile schmale Treppe stiegen wir hinab kamen an ein schmales Pferdchen das er aufschloss traten hinaus in den freien Hof nun schritt der alte Herr mein Verkäufer hinan an die Mauer schob an einem nur wenig hervorragenden Eisen und alsbald drehte sich ein Stück Mauer los so dass ein Mensch bequem durch die Öffnung schlüpfen und auf die Straße gelangen konnte du magst einmal das Kunststück sehen Olivier das wahrscheinlich schlaue Mönche des Klosters welches ehemals hier lag fertigen ließen um nur von außen gemörtelt und getüncht in das von außen her eine Bildsäule auch nur von Holz doch ganz wie Stein eingefügt ist welches sich mitsamt der Bildsäule auf verborgenen Angeln dreht dunkle Gedanken stiegen in mir auf als ich diese Einrichtung sah es war mir als sei vorgearbeitet solchen Taten die mir selbst noch ein Geheimnis blieben eben hatte ich einem Herrn vom Hofe einen reichen Schmuck abgeliefert der ich weiß es einer Operntänzerin bestimmt war die Todesfolter blieb nicht aus das Gespenst hing sich an meine Schritte der lispelnde Satan an mein Ohr ich zog ein in das Haus in blutigem Angstschweiß gebadet wälzte ich mich schlaflos auf dem Lager ich sehe im Geiste den Menschen zu der Tänzerin schleichen mit meinem Schmuck voller Wut springe ich auf werfe den Mantel um steige herab die geheime Treppe fort durch die Mauer nach der Straße Nizäes er kommt ich falle über ihn her er schreit auf doch von hinten festgepackt stoße ihm den Dolchens Herz der Schmuck ist mein dies getan fühlte ich eine Ruhe eine Zufriedenheit in meiner Seele wie sonst niemals das Gespenst war verschwunden die Stimme des Satans schwieg nun wusste ich was mein böser Stern wollte ich mußt ihm nachgeben oder untergehen du begreifst jetzt mein ganzes Tun und Treiben Olivier glaube nicht dass ich darum weil ich tun muß was ich nicht lassen kann jenem Gefühl des Mitleids des Erbarmens was in der Natur des Menschen bedingt sein soll rein entsagt habe du weißt wie schwer es mir wird einen Schmuck abzuliefern wie ich für manche deren Tod ich nicht will gar nicht arbeite ja wie ich sogar weiß ich dass am morgenden Tage Blut mein Gespenst verbannen wird heute es bei einem tüchtigen Faustschlage bewenden lasse der den Besitzer meines Kleinots zu Boden streckt und mir dieses in die Hand liefert dies alles gesprochen führte mich Kardiak in das heimliche Gewölbe und gönnte mir den Anblick seines Juwelen Kabinetts der König besitzt es nicht reicher bei jedem Schmuckstück war auf einem kleinen daran gehängten Zettel genau bemerkt für wen es gearbeitet wann es durch Diebstahl Raub oder Mord genommen worden an deinem Hochzeitstage sprach Kardiak dumpf und feierlich an deinem Hochzeitstage Olivier wirst du mir die Hand gelegt auf das gekreuzigten Christusbild einen heiligen Eid schwören so wie ich gestorben alle diese Reichtümer in Staub zu vernichten durch Mittel die ich dir bekannt machen werde ich will nicht dass irgendein menschliches Wesen und am wenigsten Madelon und du in den Besitz des mit Blut erkauften Horst komme gefangen in diesem Labyrinth des Verbrechens zerrissen von Liebe und Abscheu von Wonne und Entsetzen war ich dem Verdammten zu vergleichen dem ein holder Engel mild lächelnd hinaufwinkt aber mit glühenden Krallen festgepackt hält ihn der Satan und des frommen Engels Liebes Lächeln in dem sich alle Seligkeit des hohen Himmels abspiegelt wird ihm zur grimmigsten seiner Qualen ich dachte an Flucht ja an Selbstmord aber Madeleine tadelt mich tadelt mich mein würdiges Fräulein dass ich zu schwach war mit Gewalt eine Leidenschaft niederzukämpfen die mich an das Verbrechen fesselte aber büße ich nicht dafür mit schmachvollem Tode eines Tages kam Kardiak nach Hause ungewöhnlich heiter er liebkoste Madeleine warf mir die freundlichsten Blicke zu trank bei Tische eine Flasche edlen Weins wie es nur an hohen Fest und Feiertagen zu tun pflegte sang und jubilierte Madeleine hatte uns verlassen ich wollte in die Werkstatt bleib sitzen Junge rief Kardiak heut keine Arbeit mehr lass uns noch eins trinken auf das Wohl der allerwürdigsten vortrefflichsten Dame in Paris nachdem ich mit ihm angestoßen und er ein volles Glas geleert hatte sprach er sag an Olivier wie gefallen dir die Verse ein Liebender der die befürchtet ist der Liebe nicht würdig er erzählte nun was ich in den Gemächern der Mertenant mit euch und dem König begeben und fügte hinzu dass er euch von jeher verehrt habe wie sonst kein menschliches Wesen und dass ihr mit solch hoher Tugend begabt vor der der böse Stern kraftlos erbleiche selbst den schönsten von ihm gefertigten Schmuck tragend niemals ein böses Gespenst Mordgedanken in ihm erregen würdet höre Olivier sprach er wozu ich entschlossen vor langer Zeit sollt Namen Trost in meine Seele ein Hoffnungsstrahl vor dem die finstern Geister schwanden Kardiak mochte den Eindruck den seine Worte auf mich gemacht wahrnehmen und nach seiner Art deuten Dir scheint sprach er mein Vorhaben zu behagen Gestehen kann ich wohl dass eine tief innere Stimme sehr verschieden von der welche Blutopfer verlangte wie ein gefräßiges Raubtier mir befohlen hat dass ich solches tue Manchmal wird mir wunderlich im Gemüte Eine innere Angst die Furcht vor irgendetwas aus einem fernen Jenseits herüber wehen in die Zeit ergreift mich gewaltsam Es ist mir dann so gar als ob das was der böse Stern begonnen durch mich meiner unsterblichen Seele die daran keinen Teil hat zugerechnet werden könne In solcher Stimmung beschloss ich für die heilige Jungfrau in der Kirche St. Eustage eine schöne Diamantenkrone zu fertigen Aber jene unbegreifliche Angst überfiel beginnen wollte da unterließ ich's ganz Jetzt ist es mir als wenn ich der Tugend und Frömmigkeit selbst demutsvoll ein Opfer bringe und wirksame Fürsprache erflehe indem ich der Sküderie den schönsten Schmuck sende den ich jemals gearbeitet Kardiak Mit eurer ganzen Lebensweise mein Fräulein auf das genaueste bekannt gab mir nun Art und Weise sowie die Stunde an wie und wann ich den Schmuck den er in ein sauberes Kästchenschloss abliefern solle Mein ganzes Wesen war entzücken denn der Himmel selbst zeigte mir durch den frevelichen Kardiak den Weg mich zu retten aus der Hölle in der ich ein verstoßener Sünder schmachte so dachte ich ganz gegen Kardiaks Willen wollte ich bis zu euch dringen als ein Brüssance Sohn als euer Pflegling gedachte ich mich berührt von dem namenlosen Elend das der armen unschuldigen Madelon drohte bei der Entdeckung das Geheimnis geachtet aber euer hoher scharfsinniger Geist fand gewiß sichere Mittel ohne jene Entdeckung der verruchten Bosheit Kardiaks zu steuern fragt mich nicht worin diese Mittel hätten bestehen sollen ich weiß es nicht aber dass ihr Madelon und mich retten würdet davon lag die Überzeugung fest in meiner Seele wie der Glaube an die trostreiche Hilfe der heiligen Jungfrau ihr wisst Fräulein dass meine Absicht in jener Nacht fehl schlug ich verlor nicht die Hoffnung ein andermal glücklicher zu sein da geschah es dass Kardiak plötzlich alle Munterkeit verlor er schlich trübe umher starrte vor sich hin murmelte unverständliche Worte fort mit den Händen feindliches von sich abwehrend sein Geist schien gequält von bösen Gedanken so hatte er es einen ganzen Morgen getrieben endlich setzte er sich an den Werktisch sprang unmutig wieder auf schaute durchs Fenster sprach ernst und düster ich wollte doch Henriette von England hätte meinen Schmuck getragen die Worte erfüllten mich mit Entsetzen nun wusste ich dass sein irrer Geist wieder erfasst war von dem abscheulichen Mordgespenst das des Satans Stimme wieder laut worden vor seinen Ohren ich sah euer Leben bedroht von dem verruchten Mordteufel hatte Kardiak nur seinen Schmuck wieder in Händen so wart ihr gerettet mit jedem Augenblick wuchs die Gefahr da begegnete ich euch auf dem Pornhuf drängte mich an eure Kutsche warf euch jenen Zettel zu der euch beschwor doch nur gleich den erhaltenen Schmuck in Kardiaks Hände zu bringen ihr kamt nicht meine Angst stieg bis zur Verzweiflung als andern Tags Kardiak von nichts anderem sprach als von dem köstlichen Schmuck der ihm in der Nacht vor Augen gekommen ich konnte das nur auf euren Schmuck deuten und es wurde mir gewiß dass er über irgendeinen Mordanschlag brüte den er gewiß schon in der Nacht auszuführen sich vorgenommen euch retten musste ich und sollt es Kardiaks Leben kosten so wie Kardiak nach dem Abendgebet sich wie gewöhnlich eingeschlossen stieg ich durch ein Fenster in den Hof schlüpfte durch die Öffnung in der Mauer und stellte mich unfern in den tiefen Schatten nicht lange dauerte es so kam Kardiak heraus und schlich leise durch die Straße fort ich hinter ihm her er ging nach der Straße Saint Honoré mir bebte das Herz Kardiak war mit einem Mal mir entschwunden ich beschloss mich an eure Haustüre zu stellen da kommt singen und trillernd wie damals als der Zufall mich zum Zuschauer von Kardiaks Mordtat machte ein Offizier bei mir vorüber ohne mich zu gewahren aber in dem selben Augenblick es ist Kardiak diesen Mord will ich hindern mit einem lauten Schreibe nicht in zwei drei Sätzen zur Stelle nicht der Offizier Kardiak singt zum Tode getroffen röchelnd zu Boden der Offizier lässt den Dolch fallen reißt den Degen aus der Scheide stellt sich wähnend ich sei des Mörders Geselle kampffertig mir entgegen eilt aber schnell davon als er gewahrt dass ich ohne mich um ihn zu kümmern nur den Leichnam untersuche Kardiak lebte noch ich lud ihn nachdem ich den Dolch den der Offizier hatte fallen lassen zu mir gesteckt auf die Schultern und schleppte ihn mühsam fort nach Hause und durch den geheimen Gang hinauf in die Werkstatt das übrige ist euch bekannt ihr seht mein würdiges fräulein dass mein einziges verbrechen nur darin besteht dass ich Madeleines Vater nicht den Gerichten verriet und so seinen Untaten ein Ende machte rein bin ich von jeder Blutschuld keinem Marter wird mir das Geheimnis von Kardiaks Untaten abzwingen ich will nicht dass der ewigen Macht die der tugendhaften Tochter des Vaters grässliche Blutschuld verschleierte zum Trotz das ganze Elend der noch jetzt tötend auf sie ein breche dass noch jetzt die weltliche Rache den Leichnam aufwühle aus der Erde die ihn deckt dass noch jetzt der Henker die vermoderten Gebeine mit Schande brand mag nein mich wird die geliebte meiner Seele beweinen als den unschuldig Gefallenen die Zeit wird ihren Schmerz lindern aber unüberwindlich würde der Jammer sein über des geliebten Vaters entsetzliche Taten der Hölle Olivier schwieg aber nun stürzte plötzlich ein Tränenstrom aus seinen Augen erwarf sich der Sküderie zu Füßen und flehte ihr seid von meiner Unschuld überzeugt gewiss ihr seid es habt Erbarmen mit mir sagt wie steht es um Madelon Die Sküderie rief die Martinière und nach wenigen Augenblicken flog Madelon an Olivier's Hals Nun ist alles gut da du hier bist Ich wußte es ja dass die edelmütigste Dame dich retten würde so rief Madelon einmal über das andere und Olivier vergaß sein Schicksal alles was ihm drohte er war frei und selig Auf das rührendste klagten beide sich was sie um einander gelitten und umarmten sich dann aufs Neue und weinten vor Entzücken dass sie sich wieder gefunden wäre die Sküderie nicht von Olivier's Unschuld schon überzeugt gewesen der Glaube daran müsste ihr jetzt gekommen sein da sie die beiden betrachtete die in der Seligkeit des innigsten Liebesbündnisses die Welt vergaßen und ihr Elend und ihr namenloses Leiden Nein rief sie solch seliger Vergessenheit ist nur ein reines Herz fähig die hellen Strahlen des Morgens brachen durch das Fenster der Grey klopfte leise an die Türe des Gemachs und erinnerte dass es Zeit sei Olivier Brusson fortzuschaffen da ohne Aufsehen zu erregen das später nicht geschehen könne die Liebenden mussten sich trennen die dunklen Ahnungen von denen der Sküderie gemüht befangen seit Brussons erstem Eintritt in ihr Haus nun zum Leben gestaltet auf furchtbare Weise Den Sohn ihrer Geliebten an sah sie schuldlos verstrickt auf eine Art dass ihn vom schmachvollen Tod zu retten kaum denkbar schien Sie ehrte des Jünglings Heldensinn der lieber schuldbeladen sterben als ein Geheimnis verraten wollte das seiner Madeleine den Tod bringen musste im ganzen Reiche der Möglichkeit fand sie kein Mittel den Ärmsten dem grausamen Gerichtshofe zu entreißen und doch stand es fest in ihrer Seele dass sie kein Opfer scheuen müsse das himmelschreiende Unrecht abzuwenden das man zu begehen im Begriffe war Sie quälte sich mit allerlei Entwürfen und Plänen und Abenteuer und die sie ebenso schnell verwarf als auffasste immer mehr verschwand jeder Hoffnungsschimmer so dass sie verzweifeln wollte aber Madeleines unbedingtes kindliches Vertrauen die Verklärung mit der sie von dem Geliebten sprach der nun bald freigesprochen von jeder Schuld sie als Gattin umarmen werde richtete die Sküderie in eben dem gerade wieder auf als sie davon bis tief ins Herz gerührt wurde Um nun endlich etwas zu tun schrieb die Sküderie an Larignier einen langen Brief worin sie ihm sagte dass Olivier Brusson ihr auf die glaubwürdigste Weise seine völlige Unschuld an Kardiaks Tode dargetan habe und dass nur der heldenmütige Entschluss ein Geheimnis in das Grab zu nehmen dessen Enthüllung die Unschuld und Tugend selbst verderben würde ihn zurückhalte dem Gericht ein Geständnis abzulegen das ihn von dem entsetzlichen Verdacht nicht allein daß er Kardiak ermordet sondern daß er auch zur Bande verruchter Mörder gehöre befreien müsse Alles was glühender Eifer was geistvolle Beredsamkeit vermag hatte die Sküderie aufgeboten Larigniers härtes Herz zu erweichen Nach wenigen Stunden herzlich freue wenn Olivier Brussan sich bei seiner hohen würdigen Gönnerin gänzlich gerechtfertigt habe was Olivier heldenmütigen Entschluss betreffe ein Geheimnis das sich auf die Tat beziehe mit ins Grab nehmen zu wollen so tue es ihm leid dass die Chambre Ardante der gleichen Heldenmut nicht ehren könne denselben vielmehr durch die kräftigsten Mittel zu brechen suchen müsse Nach drei Tagen hoffe er im Besitz des seltsamen Geheimnisses zu sein das wahrscheinlich geschehene Wunder an den Tag bringen werde nur zu gut wußte die Sküderie was der fürchterliche Larignier mit jenen Mitteln die Brussans Heldenmut brechen sollten meinte nun war es gewiß dass die Tortur über den Unglücklichen verhängt war in der Todesangst fiel der Sküderie endlich ein dass um nur Aufschub zu erlangen der Rat eines Rechtsverständigen dienlich sein könnte Pierre Arnaud Dandier war damals der berühmteste Advokat in Paris seiner tiefen Wissenschaft seinem umfassenden Verstande war seine Rechtschaffenheit seine Tugend gleich zudem begab sich die Sküderie und sagte ihm alles so weit es möglich war ohne Brussans Geständnis zu verletzen sie glaubte dass Andier mit Eifersicht des Unschuldigen annehmen werde ihre Hoffnung wurde aber auf das bitterste getäuscht Dandier hatte ruhig alles angehört und erwiderte dann lächelnd mit Boileaus Worten Le vrai Das wahre muss nicht immer wahrscheinlich sein Er bewies der Sküderie dass die auffallendsten Verdachtsgründe wieder Brussans sprechen dass dass La Regniers Verfahren keineswegs grausam und übereilt zu nennen vielmehr ganz gesetzlich sei ja dass er nicht anders handeln könne ohne die Pflichten des Richters zu verletzen Er Dandier selbst getraue sich nicht durch die geschickteste Verteidigung Brussans von der Tortur zu retten Nur Brussans selbst könne das entweder durch aufrichtiges Geständnis oder wenigstens durch die genaueste Erzählung der Umstände bei dem Morde Kardiax die dann vielleicht erst zu neuen Ausmittelungen Anlass geben würden So werfe ich mich dem Könige zu Füßen und flehe um Gnade sprach die Sküderie außer sich mit von Tränen halberstickter Stimme Tut das rief Dandilly Tut das nun um des Himmels Willen nicht mein Fräulein spart euch dieses letzte Hilfsmittel auf das schlug es einmal fehl euch für immer verloren ist der König wird nimmer einen Verbrecher derart begnadigen der bitterste Vorwurf des gefährdeten Volks würde ihn treffen möglich ist es dass Brussan durch Entdeckung seines Geheimnisses oder sonst Mittel findet den wieder ihn streitenden Verdacht aufzuheben dann ist es Zeit des Königs Gnade zu erflehen der nicht danach fragen was vor Gericht bewiesen ist oder nicht sondern seine innere Überzeugung zu Rate ziehen wird die Sküderie musste dem tief erfahrenen Dorn die je notgedrungen beipflichten in tiefem Kummer versenkt sinnend und sinnend was um der Jungfrau und aller heiligen Willen sie nun anfangen solle um den unglücklichen Brussan zu retten saß sie am späten Abend in ihrem Gemach als die Martinier eintrat und den Grafen von Miosan Obristen von der Garde des Königs meldete der dringend wünsche das Fräulein Verzeiht sprach Miosan indem er sich mit soldatischem Anstande verbeugte Verzeiht mein Fräulein wenn ich euch so spät so zu ungelegener Zeit überlaufe Wir Soldaten machen es nicht anders und zudem bin ich mit zwei Worten entschuldigt Olivier Brussan führt mich zu euch Die Sküderie hochgespannt was sie jetzt wieder erfahren werde rief laut Olivier Brussan der unglücklichste aller Menschen was habt ihr mit dem Dacht ich's doch sprach Miosan lächelnd weiter dass eures Schützlings Namen hinreichen würde mir bei euch ein geneigtes Ohr zu verschaffen Die ganze Welt ist von Brussans Schuld überzeugt Ich weiß dass ihr eine andere Meinung hegt die sich freilich nur auf die Beteuerungen des Angeklagten stützen soll wie man gesagt hat Mit mir ist es anders Niemand als ich kann besser überzeugt sein von Brussans Unschuld an dem Tode Kardiax Redet Oh redet rief die Skyderie in dem ihr die Augen glänzten vor Entzücken Ich sprach Miosan mit Nachdruck Ich war es selbst der den alten Goldschmied niederstieß in der Straße Saint-Honoré unfern eurem Hause Um allerheiligen Willen ihr ihr rief die Skyderie Und fuhr Miosan fort Und ich schwöre es euch mein Fräulein dass ich stolz bin auf meine Tat Wisset das Kardiak der verruchteste heuchlerische Bösewicht dass er es war der in der Nacht Heimtücke schmordete und raubte und so lange allen Schlingen entging Ich weiß selbst nicht wie es kam dass ein innerer Verdacht sich in mir gegen den alten Bösewicht regte als er voll sichtbarer Unruhe den Schmuck brachte den ich bestellt als er sich genau erkundigte für wen ich den Schmuck bestimmt und als er auf recht listige Art meinen Kammerdiener ausgefragt hatte wann ich eine gewisse Dame zu besuchen pflege längst war es mir aufgefallen dass die unglücklichen Schlachtopfer der abscheulichen Raubgier alle dieselbe Todeswunde trugen es war mir gewiss dass der Mörder auf den Stoß der augenblicklich Töten Töten Muster eingeübt war und darauf rechnete schlug der fehl so galt es den gleichen Kampf dies ließ mich eine Vorsichtsmaßregel brauchen die so einfach ist dass ich nicht begreife wie andere nicht längst darauf fielen und sich retteten von dem bedrohlichen Mordwesen ich trug einen leichten Brust herrnisch unter der Weste Gardillac fiel mich von hinten an er umfasste mich mit riesen Kraft aber der sicher geführte Stoß glitt ab an dem Eisen in dem selben Augenblick entwand ich mich ihm und stieß ihm den Dolch den ich in Bereitschaft hatte in die Brust und ihr schwiegt fragte die Skyderie ihr zeigte den Gerichten nicht an was geschehen erlaubt sprach Mio Saint weiter erlaubt mein Fräulein zu bemerken dass eine solche Anzeige mich wo nicht geradezu ins Verderben doch in den abscheulichen Prozess verwickeln konnte hätte Larignier überall verbrechen witternd mir es denn gerade hing geglaubt wenn ich den rechtschaffenden Kardiak das Muster aller Frömmigkeit und Tugend des versuchten Mordes angeklagt wie wenn das Schwert der Gerechtigkeit seine Spitze wieder mich selbst gewandt das war nicht möglich rief die Sküterie eure Geburt euer Stand oh vor mir Saint Fort denkt doch an den Marschall von Luxemburg den der Einfall sich von Le Serge das Horoskop stellen zu lassen in den Verdacht des Giftmordes und in die Bastie brachte nein beim Sankt Dionys nicht eine Stunde Freiheit nicht meinen Ohrzipfel geb ich preis dem rasenden Larignier der sein Messer gern an unser aller Kehlen setzte aber so bringt ihr ja den unschuldigen Brüssant als Schafott fiel die Sküderie ins Wort unschuldig erwiderte Mio Saint unschuldig mein Fräulein nennt ihr des versuchten Kardiax Spießgesellen der ihm beistand in seinen Taten der den Tod hundertmal verdient hat nein in der Tat der blutet mit recht und dass ich euch mein hoch verehrtes Fräulein den wahren Zusammenhang der Sache entdeckte geschah in der Voraussetzung dass ihr ohne mich in die Hände der Chambre Ardant zu liefern doch mein Geheimnis auf irgendeine Weise für euren Schützling zu nützen verstehen würdet Die Sküderie im Innersten entzückt ihre Überzeugung von Bruissants Unschuld auf solch entscheidende Weise bestätigt zu sehen nahm gar keinen Anstand dem Grafen der Kardiax Verbrechen ja schon kannte alles zu entdecken und ihn aufzufordern sich mit ihr zu Dorn de Ye zu begeben dem sollte unter dem Siegel der Verschwiegenheit alles entdeckt werden der sollte dann Rat erteilen was nun zu beginnen Dorn de Ye nachdem die Sküderie ihm alles auf das genaueste erzählt hatte erkundigte sich nochmals nach den geringfügigsten Umständen insbesondere fragte er den Grafen Miosan ob er auch die feste Überzeugung habe dass er von Kardiax angefallen und ob er Olivier Bruissant als denjenigen würde wiedererkennen können der den Leichnam fortgetragen außerdem erwiderte Miosan dass ich in der mondhelle nacht den Goldschmied recht gut erkannte habe ich auch bei Larignier selbst den Dolch gesehen mit dem Kardiak niedergestoßen wurde es ist der meinige ausgezeichnet durch die zierliche Arbeit des Griffes nur einen Schritt von ihm stehend gewahrte ich alle Züge des Jünglings dem der Hut vom Kopf gefallen und würde ihn allerdings wieder erkennen können Dorn de Ye sah schweigend einige Augenblicke vor Auf gewöhnlichem Wege ist Bruissant aus den Händen der Justiz nun ganz und gar nicht zu retten er will Madelans halber Kardiak nicht als Mordräuber nennen was mag er tun denn selbst wenn es ihm gelingen würde durch Entdeckung des heimlichen Ausgangs des zusammengeraubten Schatzes dies nachzuweisen müsste ihn doch als Mitverbundenen der Tod treffen dasselbe Verhältnis bleibt stehen wenn der Graf Miosan die Begebenheit mit dem Goldschmied wie sie wirklich sich zutrug den Richtern entdecken sollte Aufschub ist das einzige wonach getrachtet werden muss Graf Miosan begibt sich nach der Conciergerie lässt sich Olivier Bruissant vorstellen und erkennt ihn für den der den Leichnam Kardiax fortschaft Er eilt Er eilt Larigny und sagt In der Straße Saint-Honoré sah ich einen Menschen niederstoßen Ich stand dicht neben dem Leichnam als ein anderer hinzusprang der sich zum Leichnam niederbückte ihn da er noch Leben spürte auf die Schultern lud und fort trug In Olivier Bruissant habe ich diesen Menschen erkannt Diese Aussage veranlasst Bruississons nochmalige Vernehmung Zusammenstellung mit dem Grafen Miosan Genug die Tortur unterbleibt und man forscht weiter nach Dann ist es Zeit sich an den König selbst zu wenden Eurem Schafsinn mein Fräulein bleibt es überlassen dies auf die geschickteste Weise zu tun Nach meinem Dafürhalten wird es gut sein dem Könige das ganze Geheimnis zu entdecken Durch diese Aussage des Grafen Miosan werden Bruissons Geständnisse unterstützt Dasselbe geschieht vielleicht durch geheime Nachforschungen in Kardiaks Hause Kein Rechtsspruch aber des Königs Entscheidung auf inneres Gefühl dass da wo der Richter strafen muss Gnade ausspricht gestützt kann das alles begründen Graf Graf Miosan befolgte genau was dann die Jäger raten und es geschah wirklich was dieser vorhergesehen Nun kam es darauf an den König anzugehen und dies war der schwierigste Punkt da er gegen Bruissant den er allein für den entsetzlichen Raubmörder hielt welcher so lange Zeit hindurch ganz Paris in Angst und Schrecken gesetzt hatte solchen Abscheu hegte dass er nur leise erinnernd an den berüchtigten Prozess in den heftigsten Zorn geriet die Mäntenant ihrem Grundsatz dem Könige nie von unangenehmen Dingen zu reden getreu verwarf die Vermittlung und so war Bruissants Schicksal ganz in der Hand der Skyderie gelegt nach langem Sinnen fasste sie einen Entschluß ebenso schnell als sie ihn ausführte sie kleidete sich in eine schwarze Robe von schwerem Seidenzeug schmückte sich mit Gardiax köstlichem Geschmeide hing einen langen schwarzen Schleier über und erschien so in den Gemächern der Mäntenant zur Stunde da oben der König zu gegen die edle Gestalt des ehrwürdigen Fräuleins in diesem feierlichen Anzuge hatte eine Majestät die tiefe Ehrfurcht erwecken musste selbst bei dem losen Volk das gewohnt ist in den Vorzimmern sein leichtsinnig nichts beachtendes Wesen zu treiben Alles wich scheu zur Seite und als sie nun eintrat stand selbst der König ganz verwundert auf und kam ihr entgegen da blitzten ihm die köstlichen Diamanten des Halsbands der Armbänder ins Auge und er rief beim Himmel das ist Kardiax Geschmeide und dann sich zum Mantenant wendend fügte er mit anmutigem Lächeln hinzu seht Frau Markese wie unsere schöne Braut Eignediger Herr fiel die Sküderie wie den Scherz fortsetzend ein wie wird es ziem in einer schmerzerfüllten Braut sich so glanzvoll zu schmücken nein ich habe mich ganz los gesagt von diesem Gold Schmied und dächte nicht mehr an ihn träte mir nicht manchmal das abscheuliche Bild wie er ermordet dicht bei mir vorüber getragen wurde vor Augen Wie fragte der König wie ihr habt ihn gesehen den armen Teufel die Sküderie erzählte nun mit kurzen Worten wie sie der Zufall noch erwähnte sie nicht der Einmischung Brüssons vor Kardiaks Haus gebracht als eben der Mord entdeckt worden sie schilderte Madelans wilden Schmerz den tiefen Eindruck den das Himmelskind auf sie gemacht die Art wie sie die Arme unter zu jauchzen des Volkes aus der Grays Händen gerettet mit immer steigendem und steigendem Interesse begannen nun die Szene mit Larignier mit Degray mit Olivier Brüsson selbst der König hingerissen von der Gewalt des lebendigsten Lebens das in der Sküderie Rede glühte gewahrte nicht dass von dem gehässigen Prozess des ihm abscheulichen Brüsson die Rede war vermochte nicht ein Wort hervorzubringen konnte nur dann und wann mit einem Ausruf Luft machen der inneren Bewegung ehe er sich versah ganz außer sich über das unerhörte was er erfahren und noch nicht vermögend alles zu ordnen lag die Sküderie schon zu seinen Füßen und flehte um Gnade für Olivier Brüsson Was tut ihr brach der König los indem er sie bei beiden Händen fasste und in den Sessel nötigte Was tut ihr mein Fräulein ihr überrascht mich auf seltsame Weise das ist ja eine entsetzliche Geschichte wer birgt für die Wahrheit der abenteuerlichen Erzählung Brüssons darauf die Sküderie Miusons Aussage die Untersuchung in Kardiaks Hause innere Überzeugung ach Madeleines tugendhaftes Herz das gleiche Tugend in dem unglücklichen Brüsson erkannte Der König im Begriff etwas zu erwidern wandte sich auf ein Geräusch um das an der Türe entstand Louvois der eben im anderen Gemach arbeitete sah hinein mit besorglicher Miene der König stand auf und verließ Louvois folgend das Zimmer Beide die Sküderie die Maintenant hielten diese Unterbrechung für gefährlich denn einmal überrascht mochte der König sich hüten in die gestellte Falle zum zweiten Mal zu gehen doch nach einigen Minuten trat der König wieder hinein schritt rasch ein paar Mal im Zimmer auf und ab stellte sich dann die Hände über den Rücken geschlagen dicht vor der Sküderie hin und sprach ohne sie anzublicken halbleise wohl möchte ich eure Madeleine sehen darauf die Sküderie oh mein gnädiger Herr welches hohen hohen glücks würdigt ihr das arme unglückliche Kind ach nur eures Winks bedurft es ja die Kleine zu euren Füßen zu sehen und trippelte dann so schnell sie es in den schweren Kleidern vermochte nach der Tür und rief hinaus der König wolle Madeleine Kadillac vor sich lassen und kam zurück und Rührung die Sküderie hatte solche Gunst geahnt und daher Madeleine mitgenommen die bei der Marquise Kammerfrau wartete mit einer kurzen Wittschrift in den Händen die ihr Dorn de Ye aufgesetzt in wenigen Augenblicken lag sie sprachlos dem Könige zu Füßen Angst Bestürzung Scheue Ehrfurcht Liebe und Schmerz trieben der Armen rascher und rascher das siedende Blut durch alle Adern ihre Wangen glühten in hohem Purpur die Augen glänzten von hellen Tränen Perlen die dann und wann hinabfielen durch die seidenen Wimpern auf den schönen Lilien Busen Der König schien betroffen über die wunderbare Schönheit des Engelskindes Er hob das Mädchen sanft auf dann machte er eine Bewegung als wolle er ihre Hand die er gefasst küssen er ließ sie wieder und schaute das holde Kind an mit tränen feuchtem Blick der von der tiefsten inneren Rührung zeugte leise lispelte die Märtenant der Skyderie zu sieht sie nicht der Lavalier ähnlich auf ein Haar das kleine Ding der König schwelbt in den süßesten Erinnerungen euer Spiel ist gewonnen so leise dies auch die Märtenant sprach doch schien es der König vernommen zu haben eine Röte überflog sein Gesicht sein Blick streifte bei der Märtenant vorüber erlas das Bittgesuch von Madeleine ihm überreicht und sprach dann mild und gütig ich will's wohl glauben dass du mein liebes Kind von deines geliebten Unschuld überzeugt bist aber hören wir was die Chambre Ardant dazu sagt eine sanfte Bewegung mit der Hand verabschiedete die Kleine die in Tränen verschwimmen wollte die Skyderie gewahrte zu ihrem Schreck dass die Erinnerung an die Valliere so ersprießlich sie anfangs geschienen des Königs Sinn geändert hatte so wie die Märtenant den Namen genannt mochte es sein dass der König sich auf unzarte Weise daran erinnert fühlte dass er im Begriff stehe das strenge Recht der Schönheit aufzuopfern oder vielleicht ging es dem Könige wie dem Träumer dem hart angerufen die schönen Zauber Bilder die er zu umfassen gedachte schnell verschwinden vielleicht sah er nun nicht mehr seine Valliere vor sich sondern dachte nur an die Sir Louise de la Misericorde der Valliere Klostername bei den Karmeliternonnen die ihn peinigte mit ihrer Frömmigkeit und Buße was war jetzt anders zu tun als des Königs Beschlüsse ruhig abzuwarten des Grafen Miosans Aussage vor der Chambre ardente war indessen bekannt geworden und wie es zu geschehen pflegt dass das Volk leicht getrieben wird von einem extrem zum anderen so wurde derselbe den man erst als den verruchtesten Mörder verflucht und den man zu zerreißen drohte noch ehe er die Blutbühne bestiegen als unschuldiges Opfer einer barbarischen Justiz beklagt nun erst erinnerten sich die Nachbars Leute seines tugendhaften Wandels der großen Liebe zu Madelon der Treue der Ergebenheit mit Leib und Seele die er zu dem alten Gold Schmied gehegt ganze Züge des Volkes erschienen oft auf bedrohliche Weise vor Larignies Palast und schrien gib uns Olivier Brüssant heraus erst unschuldig und warfen wohl gar Steine nach den Fenstern sodass Larignies genötigt war bei der Gendarmerie Schutz zu suchen vor dem erzürmten Pöbel mehrere Tage vergingen ohne dass der Sküderie von Olivier Brüssants Prozess nur das Mindeste bekannt wurde ganz trostlos begab sie sich zur Maintenance die aber versicherte dass der König über die Sache schweige und es gar nicht geraten scheine ihn daran zu erinnern fragte sie nur noch mit sonderbarem Lächeln was denn die kleine Valier mache so überzeugte sich die Sküderie dass tief im Innern der stolzen Frau sich ein Verdruss über eine Angelegenheit regte die den reizbaren König in ein Gebiet locken konnte auf dessen Zauber sie sich nicht verstand von der Maintenance konnte sie daher gar nichts hoffen endlich mit Andillies Hilfe gelang es der Sküderie auszukundschaften dass der König eine lange geheime Unterredung mit dem Grafen Mio Sons gehabt ferner das Bon Tem des Königs vertrautester Kammerdiener und Geschäftsträger in der Conciergerie gewesen und mit Brusson gesprochen dass endlich in einer Nacht eben derselbe Bon Tem mit mehreren Leuten in Kardiaks Hause gewesen und sich lange darin aufgehalten Claude Patru der Bewohner des Unternstocks versicherte die ganze Nachthabe es über seinem Kopfe gepoltert und gewiß sei Olivier dabei gewesen denn er habe seine Stimme genau erkannt so viel war also gewiß dass der König selbst dem wahren Zusammenhange der Sache nachforschen ließ unbegreif unbegreiflich Sache sich nun entscheiden würde sie sagte es der armen Madeleine die zur Jungfrau zu allen heiligen inbrünstig betete dass sie doch nur in dem König die Überzeugung von Brüssons Unschuld erwecken möchten und doch schien es als habe der König die ganze Sache vergessen denn wie sonst weilend in anmutigen Gesprächen mit der Märntenant und der Sküderie gedachte er nicht mit einer Silbe des armen Brüssons endlich erschien Bontem näherte sich dem Könige und sprach einige Worte so leise dass beide Damen nichts davon verstanden die Sküderie erbebte im Innern da stand der König auf schritt auf die Sküderie zu und sprach mit leuchtenden Blicken ich wünsche euch Glück mein Fräulein euer Schützling Olivier Brüsson ist frei die Sküderie der die Tränen aus den Augen stürzten keines Wortes mächtig wollte sich dem Könige zu Füßen werfen der hinderte sie daran sprechend geht geht Fräulein ihr solltet Parlaments Advokat sein und meine Rechtshändel ausfechten denn beim heiligen Dionys eurer Beretsamkeit widersteht niemand auf Erden doch fügte er ernster hinzu doch wen die Tugend selbst in Schutz nimmt mag der nicht sicher sein vor jeder bösen Anklage vor der Chambre Ardente und allen Gerichtshöfen in der Welt die Sküderie fand nun Worte die sich in den glühendsten Dank ergossen der König unterbrach sie ihr ankündigend dass in ihrem Hause sie selbst viel feurigerer Dank erwarte als er von ihr fordern könne denn wahrscheinlich um arme in diesem Augenblick der glückliche Olivier schon seine Madelan so schloss der König Bontem soll euch tausend Louis auszahlen die gebt in meinem Namen der kleinen als Brautschatz mag sie ihren Brüssant der solch ein Glück gar nicht verdient heiraten aber dann sollen beide fort aus Paris das ist mein Wille die Martinier kam der Sküderie entgegen mit raschen Schritten hinter ihr her Baptiste beide mit vor Freude glänzenden Gesichtern beide jauchzen schreiend er ist hier er ist frei oh die lieben jungen Leute das selige Paar stürzte der Sküderie zu Füßen oh ich habe es ja gewußt dass ihr ihr allein mir den Gatten würdet rief Madeleine ach der Glaube an euch meine Mutter stand ja fest in meiner Seele rief Olivier und beide küsten der würdigen Dame die Hände und vergossen tausend heiße Tränen und dann umarmten sie sich wieder und beteuerten dass die überirdische Seligkeit dieses Augenblicks alle namenlosen Leiden der vergangenen Tage aufwiege und schworen nicht voneinander zu lassen bis in den Tod Nach wenigen Tagen wurden sie verbunden durch den Segen des Priesters wäre es auch nicht das Königs Wille gewesen Broussant hätte doch nicht in Paris bleiben können wo ihn alles an jene entsetzliche Zeit der Untaten Gardiax erinnerte wo irgendein Zufall das böse Geheimnis nun noch mehreren Personen bekannt worden feindselig enthüllen und sein friedliches Leben auf immer verstören konnte gleich nach der Hochzeit zog er von den Segnungen der Skyderie begleitet mit seinem jungen Weibe nach Genf reich ausgestattet durch Madeleines Brautschatz begabt mit seltener Geschicklichkeit in seinem Handwerk mit jeder bürgerlichen Tugend ward ihm dort ein glückliches sorgenfreies Leben ihm wurden die Hoffnungen erfüllt die den Vater getäuscht hatten bis in das Grab hinein Ein Jahr war vergangen seit der Abreise Brüssens als eine öffentliche Bekanntmachung erschien gezeichnet von Arlois de Chauvalon Erzbischof von Paris und von dem Parlamentsadvokaten Pierre Arnaud Dandier des Inhalts dass ein reuiger Sünder unter dem Siegel der Beichte der Kirche einen reichen geraubten Schatz an Juwelen und Geschmeide übergebe jeder dem etwa bis zum Ende des Jahres 1680 vorzüglich durch mörderischen Anfall auf öffentlicher Straße ein Schmuck geraubt worden solle sich bei Dandier melden und werde treffe die Beschreibung des ihm geraubten Schmucks mit irgendeinem vorgefundenen Kleinod genau überein und finde sonst kein Zweifel gegen die Rechtmäßigkeit des Anspruchs statt den Schmuck wieder erhalten viele die in Kardiax Liste als nicht ermordet sondern bloß durch einen Faustschlag sich nach und nach bei den Parlaments Advokaten ein und erhielten zu ihrem nicht geringen Erstaunen das ihnen geraubte Geschmeide zurück das übrige fiel dem Schatz der Kirche zu Saint-Eustache anheim